Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ja, moin moin am Tele-Stammtisch. Wir sind heute zu viert. Die Schlogger ist bei mir, die Melanie und der Stu. Und wir reden heute endlich über vielleicht einen der heißensten und am meisten erwartetsten Filme des Jahres 2024. Nämlich über Furiosa, eine Mad Max-Saga. Erstmal herzlich willkommen an euch vier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vorab eine kleine Information für unsere Hörer, in die vielleicht nicht so häufig bei uns reinhören. Wir werden es so machen. Wir reden ein bisschen auch natürlich über die Mad Max-Trilogie und über Fury Road. Das müssen wir an dieser Stelle machen. Und wenn wir das tun, reden wir natürlich auch spoilerlastig. Das ist ja völlig klar. Bei Fury Rosa, Mad Max-Saga, werden wir es so spoilerfrei wie möglich machen. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben auch keine Einwände gehabt. Ich glaube auch nicht, dass der Film jetzt unbedingt einen Spoiler-Cast braucht. Sprich, dass wir da ganz deep-diven. Oder hat da irgendjemand einen Wände? Nö. Nö. Nö, ne? Also, ist ja ein Prequel. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass wir da etwas freier reden können und dürfen. Das ist ganz cool. Wenn wir natürlich merken, dass wir so ein paar Sachen nicht ganz so kryptisch ausdrücken wollen, sondern echt so ein bisschen tiefer reingehen wollen, dann können wir natürlich spontan immer noch sagen, wir brauchen da irgendwie einen Spoiler-Part. Von uns aus der Runde sind ja die beiden, das ist ja auch ein schön Klischee, die beiden Herren die einzigen, die alle vier Filme gesehen haben. Deswegen würden wir es an dieser Stelle jetzt auch nicht ausufern, großartig groß machen. Einfach nur an dich fragst du, wie geht es dir jetzt zum Beispiel nach doch so vielen Jahren, es sind ja fast 30, nee, es sind fast 40 Jahre seit Mad Max, jenseits der Donnerkuppel. Wie geht es dir mit der ursprünglichen Trilogie? Also, ich muss dazu sagen, dass ich den ja damals nicht, als er rauskam, gesehen habe. Als er rauskam, war ich glaube ich sechs Jahre alt, da war ich ein bisschen zu jung dafür. Das enttäuscht mich ein bisschen, aber go on. Ja, ich bin Fan der Trilogie. Ich finde sie unglaublich interessant, weil sie so verschieden ist. Jeder Teil ist ja eigen. Wenn du dir den ersten Teil anguckst, glaubst du eigentlich gar nicht, was auf den zweiten Teil auf dich zukommt. Und nach dem zweiten Teil guckst du den dritten und denkst dir, was ist denn jetzt los? Also, die wirken halt von ihrer Stilistik und ihrer Ästhetik arg unterschiedlich. Wobei man ganz klar sagen muss, dass der zweite, also der Vollstrecker heißt er ja in Deutschland oder auch Road Warrior, wie er international bekannt ist, schon so. Ich würde sagen, die Blaupause liefert für postapokalyptische Actionfilme. Gerade wenn wir auch jetzt Fallout, die Serie sich ansehen, die basiert auf diesem Videospiel natürlich, aber auch da ist ganz viel Mad Max drin. Und deswegen ist Mad Max diese Trilogie unglaublich wegweisend für dieses, ich nenne es mal Subgenre. Und das finde ich unglaublich, ja, ich sag's mal frei raus, ich find's geil. Ich mag auch diese, trotz, dass es der gleiche Regisseur ist und der auch tatsächlich das Zepter in der Hand hat, mag ich diese von dir schon angeschnittenen unterschiedlichen drei Filme. Also, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig der erste Mad Max noch oder schon postapokalypse ist, der ja eher so, ich hab das mit Schlogger, als wir uns getroffen haben bei der Pressvorführung, das ist irgendwie so ein bisschen, du merkst so, wir leben in einer Anarchivwelt und in einer Welt, in der nicht so viele Regeln mehr herrschen und das irgendwie relativ kurz vorm Wahnsinn und Explodieren ist. Aber erst ab Teil zwei haben wir so diese Postapokalypse und das fand ich immer echt spannend. Gleichzeitig sind so, wie du schon sagtest, die Blaupause für einen Endzeitfilm ist wohl wirklich The Road Warrior. Und bei Mad Max 3 ist mir jetzt beim Rewatch mal wieder aufgefallen, dass ich das Gefühl hab, ich guck zwei Filme in einem, weil ja, wenn ich es richtig weiß, das Drehbuch zuerst gar nicht so sehr ein Mad Max-Film sein sollte, sondern irgendwie eine postapokalyptische Version von Herd der Fliegen, wenn ich es richtig weiß. Und das, find ich, merkt man an der Stelle. Mit dem hab ich jetzt im Rewatch am meisten gefremdelt, aber ansonsten find ich die Trilogie von der Qualität her echt herausragend, das muss ich sagen. Und gerade der erste, der hat mich nochmal wieder von den Socken gerissen. Schlogger, du hast den ja auch nochmal geguckt. Dir ging's jetzt mit einigen Teilen, glaub ich, ganz gut, mit einigen war's so nicht so fein. Erzähl doch mal. Ja, genau, ich hab den, ich wollt eigentlich alle rewatchen, hab ich leider nicht geschafft. Aber den ersten hab ich zumindest nochmal geguckt. Bisschen schade, weil Teil 2 ist ja der, der, wie ihr schon gesagt habt, der als erster so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt wie Furry Road oder eben auch Furiosa, weil's eben richtig apokalyptisch und auch vom Set-Design her abgeht. Aber der erste hat mir trotzdem gut gefallen. Ist wie alles, was so ein bisschen älter ist, auch ein Produkt seiner Zeit. Aber ich mochte Teile wirklich gerne. Ich mochte den Toe Cutter, also den Bösewicht. Der ist ja schon schön abgedreht, was ja, wie du auch sagst, so eine Blaupause wird dann später. Ich mochte die Beziehung zwischen Mad Max, beziehungsweise Max da ja nur, und seiner Frau. Ich fand irgendwie ganz nett, das alles anzugucken. Also der hat mich überrascht. Der war nämlich gar nicht so überdreht, wie ich's dachte, was Nach- und Vorteil sein kann. Aber mir hat der ganz gut gefallen. Und ich will auch Teil 2 noch gucken, weil ich glaub, der macht auch Spaß. Melanie, haben wir dich schon ein bisschen lecker gemacht für eine erste Begegnung mit der ursprünglichen Trilogie? Erzähl mal. Irgendwie schon. Also, mir haben das ja viele Leute unter den Kommentaren geschrieben, wo ich jetzt Fury Road, ich hab den ja erst letzte Woche das erste Mal gesehen. Und da haben auch voll viele gesagt, du musst unbedingt die Original-Trilogie gucken. Weil die ist auch, also manche meinten dann so, ja, nicht jeder Teil ist unbedingt so gut. Aber die haben auf jeden Fall auch ihren Charm. Und es gibt auch Leute, die präferieren scheinbar die Original-Trilogie gegenüber Fury Road. Was ich sehr krass finde. Weil Fury Road find ich ja sehr stark. Ich glaub, ich weiß, wo's herkommt. Ich finde ja, also ich hab jetzt, wie man merkt, ich hab alle drei ursprünglichen Teile nochmal gerewatcht. Ich hab mir Fury Road ein bisschen geklemmt und mir ein bisschen aufgespart für Nach-Furiosa. Und ich finde, dass gerade The Road Warrior, also Mad Max 2, der Vollstrecker, also man tut dem Film eigentlich unrecht, wenn man sagt, das ist Fury Road nur 143 Millionen Dollar günstiger. Und natürlich ein bisschen älter und ein bisschen gesetzter. Aber der hat trotzdem einen, also Stu wird mich da wahrscheinlich unterstützen, der hat halt ein hammerkrasses Pacing, was das angeht. Also er hat ein Tempo. Da ist Fury Road tatsächlich in die Fußstapfen getreten und hat die echt gut ausgefüllt. Ich würde halt gerne mehr über Max als Figur erfahren, weil in Fury Road werden eigentlich kaum richtig Charaktere und Hintergründe so ausgepackt. Deshalb, ich glaube, dafür wäre auch die Original-Trilogie sehenswert, um mehr über diese Hauptfigur zu erfahren. Ja, es ist aber schon so typisch, also ich meine, er ist ja von 79, aber es ist schon so ein bisschen, also der erste jetzt zumindest, den ich nur gesehen habe, über den ich mitreden kann. Es ist schon jetzt nicht ultra deep, aber du kriegst schon, es ist, du siehst schon, wie die zwei zusammen sind und du weißt schon, wo das hinführt. Ob das jetzt deep ist oder einfach nur, okay, hier ist eine, hier ist Chekhov's Gun und wir wissen, dass die später abgefeuert wird, so ungefähr. Man muss aber eins halt wirklich erwähnen, was wirklich wichtig ist, weil Mad Max 2 ist im Grunde ja gar keine klassische Fortsetzung, sondern der Miller hat den ja durchaus mehr als Reboot gemacht. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Tanz der Teufel 1 und Tanz der Teufel 2. Er war einfach, der Miller mit dem ersten Zeit unzufrieden, weil er einfach, er hatte keinen Dreh. Ich meine, in Mad Max 1 gibt es eine Szene, da durchfährt jemand so einen Wohnwagen. Das war sein echter Wohnwagen. Der hat seinen eigenen Wohnwagen für diese Szene geopfert, also um mal klar zu machen, wie wenig Geld der hatte. Der hatte wirklich, der war, also George Miller ist ausgebildeter Assistenzarzt und hat während der Dreharbeiten auch im Krankenhaus gearbeitet. Das war, also der hatte, das ist Wahnsinn, wie wenig Geld der damals hatte. Und der wollte mit dem zweiten Teil eigentlich den Mad Max machen, den er immer machen wollte, aber damals nicht machen konnte. Deswegen ist es, ja, man kann schon sagen, dass Road Warrior schon eine Fortsetzung ist, aber man muss sich immer gewahr sein, dass das eigentlich auch mehr ein Reboot ist. Also das, weil, wenn man sich halt die Welt anguckt, die Mad Max 1 aufzeigt, wir haben noch eine einigermaßen funktionierende Zivilisation, wir haben eine Polizei, wir haben zwar schon diese ganzen Banden mit allerlei kuriosen Gestalten, aber die Welt ist noch nicht so vor die Hunde gegangen, wie sie dann im zweiten Teil ist. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht glaubt, wenn man Mad Max 1 guckt, dass der zweite Teil, also der Bruch ist schon ziemlich drastisch, finde ich, der da drin ist. Aber auch dafür, also noch kurz, ja, der erste Teil hatte nicht weniger Geld, aber in den Action-Szenen und in dem, was da an Autos und alles, wie auch mit diesem Wohnwagen, das, finde ich, sieht schon hochwertig aus, auch wie es inszeniert ist. Daran hat es mir gar nicht gemangelt. Ich habe schon mit Timo drüber gesprochen, mir fehlt manchmal was an der Inszenierung, also da sind Schnitte gesetzt, die ich als Zuschauer, das verstehe ich nicht, da fehlt mir ein Teil der Geschichte. Und das werfe ich jetzt einfach mal aufs Budget, weil wir sehen ja in den anderen Filmen, dass er gut inszenieren kann, auch schnitttechnisch. Aber sonst, also das fehlende Budget, das fiel mir gar nicht so krass auf. Natürlich später, klar, bei Mad Max 2 ist es viel apokalyptischer und viel übertriebener als bei Mad Max 1, aber man kann den Film trotzdem gucken und denkt nicht, oh, das ist jetzt ein Film, wo man sieht, dass da wenig Geld dabei war, finde ich. Was ich noch krass finde, wie Miller es schafft, diese Figur, den Helden zu inszenieren und aufzubauen. Also ich meine, nach zwei Minuten siehst du das erste Mal etwas von Max, das ist jetzt leider ein Spoiler für Melanie, aber du wirst wahrscheinlich uns unterstützen oder mich unterstützen, wenn du es das erste Mal siehst. Du siehst ihn erst nach zehn Minuten vollstecht, du siehst immer nur Augen, du siehst mal seinen Hinterkopf und erst nach zehn Minuten siehst du diesen wahren Max. Und das ist grandios, finde ich, wie Miller es schafft, quasi zu sagen, so, das ist mein Held, den müsste jetzt, also das kann ja damals niemand gewusst, aber das ist jetzt mein Held für die nächsten Jahre. Und gleichzeitig denkst du halt, okay, Mel Gibson, damals ja quasi im Casting noch selber kein richtiger Schauspieler gewesen, sondern auch immer irgendwie Unterricht genommen. Also wenn Miller es antizipiert hätte, dass Mel Gibson mal ein Weltstar wird, dann Chapeau. Er hat ihn wirklich wie einen riesengroßen, überdimensionalen Style inszeniert und das, finde ich, ist eine von vielen Aspekten, die mich an Mad Max jetzt wirklich beim, ich glaube, das war das vierte Mal, dass ich den Film gesehen habe, mich so begeistert haben, dass ich dachte, ey, das ist krass inszeniert und so wahnsinnig gut gemacht. Du hattest es schon erwähnt, die Geldknappheit, du merkst es in einigen Szenen. Ich finde es lustigerweise, es passt irgendwie zu Australien, dass einige der Statisten, einige von der Crew ein Bier bezahlt wurden, weil einfach das Geld so knapp war. Das ist halt auch eine von vielen Anekdoten, die du jetzt über Mad Max erzählen kannst. Es passt da irgendwie alles. Und gleichzeitig, ey, für mich als Jugendlicher war das damals so, das war ganz lang ein Film, den man so unter der Ladentheke in der Videothek in einer Ab-18-Abteilung nur auszuleihen war, weil der halt indiziert war. Und wenn man ihn heute sieht, fragt man sich, ja, also von der Stimmung her verstehe ich es, weil das wirklich so ein bisschen mich erinnert hat an das Terrorkino der 70er Jahre. Also ich hatte diverse Texas Chainsaw Massacre Vibes, so von dieser Panik und von dieser Angespanntheit. Aber das ist jetzt kein Schlachtfest oder sonstiges. Das ist schon, wenn Blut fließt, wird mal Blut fließen. Aber ansonsten siehst du halt wirklich relativ wenig. Also ich habe mich damals immer gefragt bei einer TV-Ausstrahlung, ob das jetzt Schnitte sind, weil das Gewaltschnitte waren. Und dann habe ich den irgendwann umgekürzt gesehen und dachte, nö, das ist einfach so. Weil das, was Schlager ja auch meinte, man hat das Gefühl, es fehlt irgendwas. Aber es fehlt tatsächlich nichts, es ist beabsichtigt so. Wahrscheinlich auch aus Budgetgründen. Meine größte Enttäuschung bei Mad Max 1, ich habe ihn das erste Mal als Kind gesehen, war, der erste Gegner, mit dem er es zu tun hat, ist ja der Knight Rider. Und als Kind hatte ich eine andere Vorstellung vom Knight Rider und dachte, oh. Und war dann enttäuscht. Mein Knight Rider brüllt immer in die Uhr und nicht über Funk. Genau, genau, ja. Sehr schön. Sag mal, ich frage dich jetzt mal, wie ist das so, was macht für dich eigentlich so die Tropen, die DNA der Reihe Mad Max aus? Kannst du das so in ein paar Stichpunkten uns vielleicht mitteilen oder was das für dich vor allen Dingen bedeutet, ein Mad Max-Film zu sein? Wie muss der für dich sein? Ja, das Problem ist halt, die sind halt alle verschieden. Also ich würde schon sagen, sehr wichtig sind Autos, aber jetzt keine Audis und VW Passats und Smart, sondern irgendwelche Vehikel, die sie zusammengeschraubt haben, wo dann irgendwie alles zusammengeschweißt worden ist. Dann die Jagd nach Wasser und Benzin ist sehr, sehr wichtig. Dann muss die Hälfte der Leute auch so rumlaufen, als kämen sie gerade aus dem Schwulenclub. Muss auch ganz wichtig. Also gerade im zweiten Teil in der Vollstrecker ist es so, da laufen halt Leute rum, wo du denkst so, okay, cool, Pride Power, aber Leute, das ist ja okay, sei es drum. Und ganz, ganz wichtig, einfach für die Wirkung dieser Filme, sie haben alle diese, so eine gewisse Dringlichkeit, so einen Drang auch zur Bewegung. Also Action ist unglaublich wichtig. Da würde ich vielleicht den dritten Teil ein bisschen ausklammern, weil das eine relativ, der hat mehr so einen Abenteuerfilmcharakter irgendwann, aber ansonsten ist dieses, also reduziert im Action-Genre Bewegung. Also einfach dieses, da ist immer irgendwas los und sowas Mitreißendes im Idealfall. Das wäre für mich Mad Max. Ja. Kinetik, eine deutliche Prise Wahnsinn. Also wirklich, dass du das Gefühl hast, die sind alle irgendwie bekloppt. Also im nicht-positiven Sinne, sondern wirklich, dass sie aufgrund der Ereignisse irgendwie völlig einen an der Marmel haben. Der eine mehr, der andere noch mehr. Und das ist irgendwie so für mich Mad Max. Ja, natürlich assoziiert man irgendwie durch, dadurch, dass er drei Filme nun den Mad Max gegeben hat, irgendwie auch mehr Gipsen damit. Das war für mich so im ersten Moment damals ein großes Fremdeln mit der, allein mit der Nachricht, dass Tom Hardy und nicht mehr Gipsen jetzt Mad Max sein soll. Weil so Umbesetzungen, dachte ich immer so, kann das funktionieren? Komme später zu, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ansonsten, das muss Action da sein, es ist wirklich irgendwie sehr dialogarm. Die Story ist auch nie so richtig auserzählt, sondern es ist eher so eine Prämisse dabei. Also ähnlich wie die Terminator-Reihe, finde ich. Und ansonsten sind das so die Sachen, die wir, also die ich zumindest damit assoziiere und die dann irgendwie in Fury Road so ein bisschen in den Mixer gegeben wurden und dann irgendwie so High-End-Oktan nochmal reingefüllt wurde und das so auf links gedreht wurde, dass mich das damals wirklich, kommen wir später, wahrscheinlich noch zu, wirklich von den Socken gehauen hat. Ich finde übrigens noch ein Gedanke zu dem Reboot-Charakter. Ich finde, es verhält sich tatsächlich so ein bisschen wie, was ich schon das einmal das Franchise erwähnte, ein bisschen zwischen Terminator 1 und 2. Du hast so das Gefühl, James Cameron hat ja nun auch in Terminator 2 eigentlich Terminator 1 nur nochmal mit mehr Mitteln gedreht. Und genau das Gefühl hast du auch so bei Mad Max, dass du halt denkst, so George Miller hat jetzt mehr Geld zur Verfügung gehabt und jetzt hat er halt seine Vision umgesetzt und jetzt hat er einfach Sachen addiert, die er vorher nicht drehen konnte. Ja, finde ich sehr cool. Apropos George Miller. Melanie, wie viel kennst du von George Miller so als Regisseur und wie stehst du zu seinem Schaffen? Was macht so seine Arbeit für dich aus? Also, es beschränkt sich auf Fury Road und Fury Rosa. Ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall eine Menge mehr, als vielleicht der eine oder andere überhaupt bei euch zu Hause gehört hat oder gesehen hat. Ich würde sagen, ich finde, was ich jetzt bisher gesehen habe, ich habe das Gefühl, der ist einfach ein sehr, sehr kreativer Kopf. Also, der hat so richtig eine Vision und er hat auch kein Problem damit, einen riesen Aufwand zu betreiben, um die perfekt umzusetzen. Das war zumindest für mich einfach Fury Road. Also, der war wirklich voll mit Ideen, mit Kreativität, mit ... Also, da muss einfach wirklich so ein richtiger Kopf hinter stecken. Und ich finde, das ist der irgendwie so für mich. Bevor ich es du, der sowieso alles geguckt hat wahrscheinlich, frage, Schlager, wie viel hast denn du von George Miller gesehen? Und kannst du irgendwie so ein paar Regie-Trade-Marks ausmachen, die du mit ihm verbindest? Ein Schweinchen namens Babe und Happy Feet sind ja die ganz anderen Filme, die einem da in den Kopf springen. Ein Schweinchen namens Babe war genau in meiner Kindheit. Also, den Film habe ich oft gesehen und den trage ich auch in meinem Herzen, weil das eben genau in der Zeit war, in der ich Kind war und Filme so aufgesogen habe wie ein Schwamm. Er hat ja auch noch Hexen von Eastwick gemacht, den kenne ich nicht zum Beispiel. Und was ich jetzt auch neulich, der letzte Film vor jetzt Furiosa war 3000 Years of Longing. Den Matilda Swinton, den habe ich auch gesehen und den, ich glaube, ich fand, da hat mir gut gefallen die Thematik, die er aufwirft. Gar nicht unbedingt vielleicht den Film an sich, aber ich mochte, dass der so Anstoß gegeben hat, um zu diskutieren. Das hat er bei uns zumindest, bei mir und meinen Guckern da erreicht. Das heißt, die drei Filme habe ich noch gesehen, die kenne ich von ihm, aber kann da überhaupt gar nichts ausmachen, was irgendwas mit Mad Max dann zu tun hat. Da bin ich dann auf eure Antworten gespannt. Ich muss zu meiner Meinung stellen, habe ich noch nicht gesehen 3000 Years of Longing, der fehlt mir noch. Den hattest du mir damals, als er aus der PV kam, so ein bisschen ans Herz gelegt. Aber es war mir irgendwie nicht, es war nicht auf der Fury Road Skala so weit oben, dass ich dachte, es bringt mich jetzt ins Kino. Und dann habe ich manchmal das Problem, dass vor Ort bei mir einfach die etwas, sagen wir mal so, konnotierteren Konnoisseurfilme nicht laufen. War eher Richtung Schweinchen-Babe für dich dann, auf der Skala zwischen diesen beiden. Oder Richtung Happy Feet. Happy Feet ist noch weiter unten als Schweinchen-Babe, würde ich jetzt sagen. Wie meinst du, Freda? Und ich finde Happy Feet toll und Schweinchen-Babe finde ich beide Filme toll. Ja, aber ich wollte jetzt, wenn ich Schweinchen-Babe und Happy Feet gegeneinander aufliebe. Ja, genau. Darf ich Mama zu dir sagen? Entschuldigung. Mir ist ein kleines Tränchen runtergekullert. Okay, ist du. Aber du bist doch hier der, neben Timo, der viel Gucker. Alles Gucker. Also, wenn man bedenkt. Jetzt geht's los. Er hat 1979 angefangen. Ich glaube, Mitte 30. Und hat seitdem 11 Spielfilme gedreht. Kinofilme. Und hatte auch wirklich lange Pausen dazwischen. Und jetzt muss ich mal ganz klug scheißen. George Miller hat ein Schweinchen namens Babe Teil 1 produziert, aber nicht gedreht. Er hat die Fortsetzung gedreht. Ja, das kann sein. Aber er hat die Fortsetzung gedreht, ein Schweinchen namens Babe in einer großen Stadt. Und Leute, das ist so ein grandios, absurder, abstrakter Film. Für Kinder, glaube ich, echt ungeeignet. Aber der ist wirklich fantastisch. Den habe ich früher gesehen und fand den ganz furchtbar. Und je älter ich werde und je reifer ich werde, desto mehr war ich den zu wertschätzen. Aber hey, Schweinchen namens Babe, seien wir ehrlich, der Film hat uns alle damals für zwei Wochen zu Vegetariern gemacht. War einfach so. Und den Schweinchen in der großen Stadt steigt Schweinchen Babe dann auch in ein Auto rein und fährt dann durch New York durch und man läuft da auch Amok oder was. Okay, alles klar. Auf der Spartan Road, genau, ja. Aber ansonsten, was ich halt so beachtlich finde, er hat angefangen mit drei Mad Max Filmen. Der erste 79, ich glaube, der letzte war, glaube ich, 85, 86. Dann hat er noch Die Hexe von Eastwick, das ein sehr großer Hit war. Da hat er halt auch mit Jack Nicholson, Cher und Michelle Pfeiffer gedreht. Da hat er dieses Drama inszeniert, Lorenzos Öl. Und das war auch schon so weit weg halt eben von Mad Max überhaupt, dass man da schon dachte, okay, der hat jetzt drei Actionfilme gemacht und hat aber keinen Bock mehr. Und dann kommt Schweinchen namens Babe und Happy Feet und alle dachten so, hey, komm. Ich meine, der hat ja für Happy Feet 1 oder 2 sogar einen Oscar bekommen. Also gut, sei es drum. Und dann kommt 2015 neue Mad Max, wo insgesamt eigentlich alle gedacht haben, so, ah, bitte, bitte, was soll das denn? Also, wie Timo schon sagte, erst ohne Tom H., äh, ohne Tom H., ohne mehr Gibson, ja. Dann sieht das auch so, dieser Look, Orange und Teal heißt das ja aus. Und okay, aber der Mann ist ja auch schon so alt und wir sind ja jetzt im Zeitalter der Avengers, sag ich mal. Und dann kommt so was wie, wie Fury Road, braucht man noch einen Mad Max im Jahre 2015? Ja, und das fand ich so beachtlich, dass der mit Ende 70, jetzt glaube ich 80, einen Film gemacht hat, 2015, wo er, glaube ich, locker 20 Jahre lang gearbeitet hat, der immer wieder Rückschläge erlitten hat und der aber so vital ist und so energiegeladen, dass man nicht glaubt, dass es von einem Mann ist, der jetzt 80 Jahre alt oder damals 75 Jahre alt war. Das hat mich echt beeindruckt. Ja, ich bin nach wie vor umgehauen, weil damals auch ganz wichtig war, immer so Labels draufzupacken. Also ist das jetzt ein Reboot? Ist das ein Soft-Reboot? Oder ist das eine Fortsetzung? Und dann war im Kino das einfach alles, wie ich finde, egal. Es war die Umbesetzung egal. Es war einfach ein Rausch des Bildes, ein Rausch der Töne, der Akustik, der Kinetik. Das war echt, also es hat mich sogartig reingezogen und ich bin ähnlich wie Danny Boyle irgendwie der Meinung, George Miller scheint so alles zu können. Er braucht halt vielleicht ein bisschen länger, aber das ist für mich dann, also es muss ja nicht gleich Terrence Malick sein, der irgendwie in 30 Jahren drei Filme dreht und die alle eher so anstrengend sind, sondern das ist irgendwie so gefühlt ein Mann, der sich Gedanken macht um das, was er inszenieren will, was am Ende dann auf der Leinwand sichtbar ist. Gar nicht so sehr inhaltlich vielleicht, dass der jetzt eine hochtrabend Shakespeare-hafte Dialoge da ausführt oder ausführt lässt, aber der hat einfach ein unheimliches Gespür für Bilder und das finde ich, selbst in dem jetzt hohen Alter, ich glaube er wird nächstes Jahr 80, 2025, finde ich das bemerkenswert, dass der noch so Bock hat. Und dass der im Gegensatz zu einem Francis Ford Coppola, der jetzt gerade in Cannes da seine Megalopolis-Premiere feiern darf und wo es jetzt auch schon wieder Geschichten gibt, die jetzt nicht so positiv klingen, dass der einfach sagt so, ich habe jetzt Bock das zu machen und jetzt bin ich halt 2015 zurück zu meinem Franchise, mit dem ich eigentlich groß geworden bin, gekommen und jetzt, also ich kann mir auch George Miller jetzt nicht mehr bei was anderem vorstellen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Was ich halt auch beachtlich finde, ist, dass Fury Road, wenn man so will, ja auch ein Aufstand alter weißer Männer ist. Weil damals war George Miller schon uralt, der hat sich mit Guy Nelson Stuntman als Experten rangeholt, der damals schon bei Auf dem Highways die Hölle los die Stuntarbeit gemacht hat. Dann hat er noch John Seale, einen sehr renommierten Kameramann, aus der Rente geholt. Der hat unter anderem einen Oscar bekommen für den englischen Patient. Und das waren alles so Faktoren, du liest das und denkst dir, ja was wollen die denn? Also können die überhaupt einen Actionfilm machen im Jahre 2015? Und dann kommen die halt um die Ecke und wischen halt mit allem anderen Actionfilmen, die da damals rauskamen, feucht den Boden durch. Ja, oder auch die Thematik, willst du in der Welt, in der es um Klimakrise und linksgrün-liberale versiffte Themen geht, einen Film über Verbrenner dann noch irgendwie so propagieren. Aber das ist auch dem Film scheißegal. Genau, ist wurscht. Macht, haut raus, verbrennt das Benzin, wischt doch, egal. Ja, da kurz eingeschritten, da würde ich aber, also linksgrün-versifft ist so ein Terminus, der glaube ich doch ein bisschen später erst so bei Greta Thunberg und so weiter und in der Klima-Fridays-for-Future-Geschichte, die doch ja ein paar Jahre später kam, so Ende der 2010er Jahre. Ich finde es eher bemerkenswert, und jetzt sind wir natürlich schon volle Lotte auf die Fury Road Avenue eingebogen, das ist auch vollkommen in Ordnung, da kommen wir jetzt auf jeden Fall zu. Ich finde es eher bemerkenswert, dass damals sowas wie Woke und Diversität entweder noch nicht in Begriffen so gefasst wurden oder noch nicht als Schimpfwörder benutzt wurden. Und George Miller trotzdem die Chuzpe hatte und gesagt hat, ja, Mad Max heißt noch der Film, es ist Fury Road und ich habe auch einen Hauptdarsteller, aber das ist ja nun die Kritik auch, die häufiger rauskommt, das ist ja gar nicht Mad Max, sondern da ist ja Furiosa die Hauptfigur. Er hat einfach eine weibliche Hauptfigur, eine Actionheldin. Ich finde ja in der Tradition von James Cameron, Alan Ripley, Ridley Scott, meinetwegen auch Sarah Connor, auch wieder James Cameron. Also er hat einfach sich wieder getraut, etwas zu tun, wo er gesagt hat, ja, ich bin halt ein alter weißer Mann, wie man das heute auch sagt, aber was habt ihr jetzt für ein Problem mit einer weiblichen Hauptfigur? Sag mal, Melanie, du kommst gleich als allererstes dran. Du bist ja jetzt erst vor kurzem quasi Fury Roadisiert geworden. Du hast, ich glaube, das Attribut in der Discord-Chat war Brett. Was hat dich denn so krass begeistert? Also ich muss es dazu sagen, manchmal ist es ja so, wenn man spät dran ist und ich kenne das selber, dann hat man so eine Erwartungshaltung durch äußere Leute. Ey, guck den, guck den, der ist so geil. Wie war das bei dir und was macht für dich jetzt Fury Road so bemerkenswert und zu einem Brett? Also ich hatte eine hohe Erwartungshaltung an den, aber ich fand es bemerkenswert, dass sie dann irgendwie nochmal übertroffen wurde, als ich ihn dann gesehen habe, weil ich dann erst verstanden habe, was die Leute genau meinen, was an dem so toll ist. Es könnte jetzt ein bisschen ausschweifen, weil es sind so viele Sonden, die ich toll finde. Wir haben Zeit. Ähm, also ich habe mir hier was notiert. Also ich war einfach, natürlich erst mal die Action, ne? Also es ist halt einfach, finde ich, der Wahnsinn, dass dieser Film zum Großteil auf Fahrzeugen stattfindet und dass die Action und auch die Effekte und es ist ja eigentlich auch sehr, sehr wenig CGI drin, dass alles dabei so grandios aussieht. Ich mag einfach sehr diesen Einfallsreichtum, irgendwie diese Prise Wahnsinn. Ich mag einfach sehr, also die Welt und das war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt in Berührung gekommen bin mit Mad Max an sich und der Welt und ich fand, ich fand die einfach ultra interessant. Ich finde, man wurde irgendwie als Zuschauer so direkt reingesogen und ich finde es halt auch so krass, dass der so gar kein Exposition-Dumping macht. Der macht das nur ganz kurz am Anfang, und dann sagt er so ein paar Sätze, die so ein bisschen wie so Nachrichtensprecher-Ausschnitte wirken, aber das war's. Und dann schmeißt er dich einfach in die Welt rein und zeigt sie dir. Der erklärt dir nicht, wie die Welt funktioniert und auch nicht unbedingt, wer die Charaktere sind, sondern er zeigt es dir einfach und du begleitest uns, also du begleitest einfach die Charaktere dann mit. So und ich mochte halt einfach total diesen Aspekt, ich mochte einfach den Schnitt, die Kameraarbeit, dass der so schnell ist, dass er so eine Dynamik hat, also der hat einfach so ein ganz eigenes Gefühl und kreative Ideen, was die Stunts und alles angeht und ich liebte er auch einfach total Furiosa als weiblicher Hauptfigur. Also ich finde den Vergleich, den du gerade gezogen hast mit Alan Ripley und Sarah Connor, sehr zutreffend, weil ich finde, das ist einfach, so sollte man einfach eine weibliche Hauptfigur meiner Meinung nach inszenieren. Cool. Schlogger, wir haben in letzter Zeit uns häufiger persönlich gesehen und trotzdem habe ich nie gefragt, hast du Fury Road eigentlich im Kino gesehen? Ja, habe ich im Kino gesehen, tatsächlich. Und? Weggeflasht damals? Ich kann auch ausholen, aber nur ein bisschen. Und zwar habe ich den damals mit einem Typ im Kino gesehen, an dem ich sehr lange hing. Also der hat was lange in mir bewegt, auch obwohl ich dazwischen mehrere Beziehungen hatte und zu dem Moment auch des Zeitpunkts des Guckens auch hatte. Und während des Films, während des Treffens, das ich mit ihm da hatte, also ich habe den sehr selten, vielleicht einmal im Jahr getroffen oder noch seltener. Und während des Treffens mit ihm habe ich gemerkt, okay, das ist vorbei, da wird nichts mehr draus. Ich, aber das Positive auch, ich hänge nicht mehr so an ihm, aber ich habe dem auch ein bisschen hinterher getrauert, dass das jetzt auf jeden Fall abgehakt ist. So, was hat das jetzt mit dem Film zu tun? Ich hatte also irgendwie sehr viel Gefühle in mir und es war ein großes, großes Kapitel in meiner, in meinem Leben wurde da abgeschlossen und ich habe dann angefangen zu weinen, während ich Fury Road gesehen habe, weil ich darüber nachgedacht habe. Und jetzt, Achtung, und trotzdem hat mich der Film so hart gekickt. Also trotz dem, was er da an Konkurrenz in meinem Kopf hatte, hat er trotzdem total krass gewirkt. Also ich fand, der hat mich trotzdem total umgehauen. Und das spricht so für diesen Film, dass der so episch und imposant wirkt, obwohl, und das ist ja das Klischee, was ist denn die Story? Sie fahren hin und sie fahren wieder zurück. Aber der Film, der hat einfach die Eier, dass die Story trotzdem okay ist und dass es einfach scheißegal ist und dann diese ganzen visuellen Sachen, über die wir ja gar nicht mehr reden müssen, obendrauf. Also long story short, obwohl ich da mit so einem Baggage drin saß, hat mich der Film trotzdem total gekickt und ich habe den auf jeden Fall im Kino gesehen und alle, die jetzt noch die Chance haben, den nochmal in ihren Städten oder in ihren Orten im Kino zu sehen, würde ich das auch empfehlen. Schaut euch den nochmal auf der großen Leinwand an. Wie oft hast du ihn zu Hause noch nachgeholt oder beziehungsweise nochmal gerewatcht bisher? Gar nicht tatsächlich. Also ich irgendwie, manche Filme sind für die Leinwand und dann kommen sie über die Leinwand ins Herz und dann bleiben sie da auch. Ja, das ist manchmal bei mir auch die Sorge. Also Grüße an Denis Villeneuve. Ich hatte immer Angst vor Dune rewatchen, bevor der zweite ins Kino kommt. Ich habe das wirklich am Abend vorher zu Hause gemacht. Ich habe immer dachte, ich habe so Angst, dass der ganz viel verliert und long story short, das geht, also es ist wirklich okay, weil die auch wenn viele Dune 1 ja im Vergleich zu 2 nicht so gerne mögen oder es nur als Exposition interpretieren, fand ich das doch okay, ihn auch zu Hause zu gucken. So, du, ich weiß gar nicht, reichen deine beiden Hände aus, um aufzuzählen, wie oft du Fury Road überhaupt schon gesehen hast? Ich weiß von dir, dass du nicht ihn einmal nur im Kino gesehen hast. Erzähl bitte. Ja, also... Sprechen Sie offen. Ja, ich habe ihn insgesamt sechsmal im Kino geguckt. Einmal war ein bisschen seltsamer, meine Begleitung neben mir einfach angefangen hat zu heulen, aber keine Ahnung, was da los gewesen ist. Du und ich. Nee, ich weiß noch, ich habe den in einer Presseführung gesehen und die war am Vorabend des Kinostarts. Und ich bin da in ein Gefühl reingegangen, so, ja, was soll das werden? Weil, wie gesagt, wir waren alle ein bisschen skeptisch und bin da rausgekommen und war weggeblasen. Also wirklich, ich hatte damals noch einiges mehr auf den Rippen, was das Gewicht angeht, aber ich bin nach Hause geschwoben. Ich weiß noch, ich hatte so einen MP3-Player und habe auf dem Weg mir irgendwie so treibende Musik gesucht, weil ich in so einem Modus drin war und bin dann irgendwann zu Hause angekommen und stand bei meiner Haustür und konnte aber nicht reingehen. Ich bin weitergegangen, weil ich doch so in diesem, ich weiß nicht, da war noch so eine Energie, ich war wie so ein Akku und dieser Film hat mich aufgeladen, das weiß ich noch. und danach war für mich ganz schnell klar, ich muss den nochmal gucken, habe dann Freunde gefragt, die waren dann auch relativ schnell bereit, mir den nochmal anzugucken. Ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen Gewalt angedroht, das kann vielleicht auch sein. Und ich weiß noch, die ersten drei Sichtungen war auch wirklich eine ganz bewusste Entscheidung und die letzten drei Sichtungen war wirklich so, dass ich, ich weiß nicht warum, aber ich wollte den einfach nochmal gucken. und dann sind mir auch Sachen aufgefallen, also bei der vierten oder fünften Sichtung ist mir erstmal richtig bewusst geworden, wie phänomenal der erzählt ist. Dass der jetzt keine komplexe Geschichte erzählt ist, also es geht von Punkt A zu Punkt B und zurück zu Punkt A, das ist alles, ja. Aber wie das alles aufeinander aufbaut, wie der Film nonverbal dir alles erklärt, das ist einfach, das ist der Wahnsinn. Und ich finde, dass der Film erzählerisch sehr viel gemeinsam hat mit diesem Robot Dreams, der jetzt in dem Kino läuft. Das ist so ein Animationsfilm, der auch nonverbal abläuft. Weil du kannst Fury Road komplett nonverbal gucken, nur durch die Bilder und du verstehst alles und das ist kongenial. Okay, also deine 20. Sichtung war dann ohne Ton, deine 30. war rückwärts und bei dem einen hast du nur den unteren linken Ausschnitt angeguckt. Hauptsache die Begleitung fängt dich plötzlich an zu heulen. Das hat der Typ noch nicht mitbekommen, dass ich da geweint habe. Glaubst du? Manchmal kommt es du als Mutter noch rein und sagt, es war Fury Road, Entschuldigung. Es war nicht das, was du denkst, es war nur Fury Road. Ich habe tatsächlich, ungelogen, ich habe einmal angefangen Fury Road zu gucken bei meiner Mutter zu Hause auf der Couch und habe nach 10 Minuten aufgehört, weil meine Mutter so wie sagte, was ist das für ein Scheiß? Oh, das ist für ein Scheiß. Wenn man Filme mit Leuten guckt, die das nicht wertzuschätzen wissen, da überlegt man, okay, ich muss mich jetzt für diesen Menschen entscheiden oder für den Film. Mutti, du musst gehen. Aber ich glaube, Fury Road, um das auch schon mal vorwegzunehmen, also ich habe den nie mit meinen Eltern geguckt und ich wüsste aber, wie mein Vater, glaube ich, reagieren würde. Er würde erst mal nach zwei Minuten machen, also ähnlich wie Junkie XL, auch ganz parentisch und nach zehn Minuten würde er sagen, wird das noch was? Und nach dem Film würde er sagen, mal auch eine halbe Stunde erzielen können. Das mal um kurz zu sehen, Recap zu machen. Ich habe Fury Road damals auch, ich glaube, gleich am Premierentag im Kino gesehen. Ich war, ey, lange, als ich habe die Trailer gesehen und dachte, was soll das? Ich dachte, warum ist da mehr Gips nicht dabei? Ich dachte, das kann doch nichts werden. Das ist, ey, wie sieht das alles lächerlich aus in den Trailern? Und da habe ich den mit einem Freund in einem Pärchen gesehen, wovon sie schwanger war und sie ist auch wirklich, ist eigentlich, also ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Heulen bei Fury Road? Es ist nicht schlimm, Schlagger ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Nope, heulen oder einschlafen, denn meine Bekannte ist eingeschlafen und ich habe echt gesagt, ich habe sie einmal angeguckt, wie machst du, wie hast du das hier jetzt angestellt? Guck doch mal, hör doch mal. Denn ey, ich war weggeblasen. Ich war tatsächlich nur einmal im Kino, aber ich war so weggeblasen, dass ich mir den, das wirklich eine meiner ersten Blu-rays oder eine meiner ersten Blu-rays und ich habe den seitdem bestimmt noch drei, vier Mal zu Hause nachgeholt und ich habe ihn, wie gesagt, jetzt nochmal aufgespart für Nachführe der Rosa, weil ey, da stimmt alles. Also ich finde, im Vergleich zu einem Zack Snyder braucht halt George Miller keine Slow-Mos, um so ein bisschen pathetisches Visual Storytelling da zu leisten und Stuart hat da völlig recht, das kann ich eigentlich nur wiederholen und das ins selbe Horn tröten. Du kannst Mad Max, also ich habe mich irgendwann so gefragt, rede Tom Hardy auch mal in diesem Film? Und er tut es ja wirklich über weite Strecken nicht und das ist inhaltlich natürlich eingebunden in die Handlung und trotzdem brauchst du es, du bräuchst es keine Dialoge, du brauchst auch keine Dialoge, du verstehst alles. Ich finde, Immortan Joe ist ein Wüsten Darth Vader, den man so noch nie gesehen hat, das ist so, allein was die Augen von übrigens dem gleichen Schauspieler wie vom Toe Cutter aus dem ersten Teil, was die machen, ist der absolute Wahnsinn und die Effekte, ja, wir wissen ja, da ist jetzt nicht viel CGI drin, aber da ist halt auch CGI drin, aber du siehst es halt nicht. Du kannst, du sitzt im Kino und denkst, ey, wie haben sie das, wie zur Hölle haben sie das gemacht? Und das hat man ja wirklich nur alle paar Jubeljahre, dass man da sitzt und sich fragt, wie haben die das gemacht? Warum können die sowas? Und warum kann das nicht jeder so gut? Wobei ich da auch sagen muss, Fury Road hat unglaublich viel CGI, aber sie nutzen es halt clever und gut. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also, ich glaube, dass du, alleine vom Color Grading her, ist natürlich da ganz viel digital nachbearbeitet worden und auch die ganzen Action-Szenen, so Stunt-Equipment wird wegretuschiert. Der ganze Sandsturm ist natürlich komplett CGI, aber sie nutzen es halt richtig. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und wenn man mal nur grob vergleicht, jetzt so eine Action-Sequenz, wie sie jetzt Sexnader bei Netflix mit gedreht hat und dann mal fünf Minuten Fury Road, dann ist relativ klar, dass wer die Hosen anhat in Sachen Action, auch wenn Melanie das anders sieht. Hä? Das war zustimmend. Ich habe auch eher einen Lücken gehört und einen Seufzen beim Namen Sexnader und es war kein So, das war ein auf jeden Fall. Und was natürlich bei Fury Road auch toll ist, das habe ich Melanie heute schon gezeigt, ich bin ja ein ganz toller Imitator von Tom Hardy. Ich kann wirklich niemanden imitieren, aber Tom Hardy kriege ich perfekt. Pass auf, ich mache jetzt Tom Hardy. Sehr gut. Wow. Danke. Da war doch gerade Tom Hardy hier. Ja. Du saßt neben Tom Hardy im Kinoschleuer? Wahnsinn. Wahnsinn. Der Arsch macht mal Bände mit dem mit dem Rissotrun ab. Ja, ich nochmal so ein paar Kamera in Fury Road. Das ist alles wild. Das ist alles ekstatisch und das ist alles so krass gefilmt und du behältst aber immer den Überblick. Du denkst, du weißt immer, was genau passiert. Du hast immer etwas im Zentrum. Es wird alles wie aus einem Guss und das muss ich echt sagen. Man kann den Film nicht genug loben. Es gibt ja Menschen, die mit Fury Road irgendwie nichts anfangen können. Ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Die finden den zu lang. Ja, okay. Gutes Thema. Ja, das finde ich auch. Wenn ich jetzt sage, auf die Länge kommt es nicht an, kann man das missverstehen, aber eigentlich stimmt es ja. Na, egal. Gut. Kleiner Ausflug noch. Hope in Glory, ein Fanfilm, der jetzt Anfang mal bei YouTube gesehen erschienen ist. Ich gebe zu, ich habe ihn nicht ganz gesehen, weil er mich nicht so ganz, ich sage jetzt nicht abgeholt hat, aber es war nicht so ganz mein Cup of Tea. Wie sieht das bei euch aus? Ich glaube, Schlogge hat den 4 von 5 bei Letterboxd gegeben, ne? Ich habe den gesehen, genau. Dazu muss man ja auch einschätzen. Ich gebe relativ schnell 4 Sterne, weil ich, wenn ein Film für mich gut funktioniert und rund ist, kriegt er für mich von mir 4 Sterne. Wenn ich denke, da fehlt noch was, kriegt er 3,5 und wenn ich nicht zufrieden bin, kriegt er 3 und wenn ich ihn scheiße finde, ist weniger. So, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Und der Film ist ja, weil es gerade um die Länge ging, das ist eine gute Überleitung, denn der ist nur 45 Minuten lang oder irgendwas zwischen 40 und 45, also sehr kurz und er spielt wieder mit Max, wird auftauchen und ist eben ein Fanmade-Film. Ich glaube, 3 Jahre lang haben sie an dem Film gearbeitet, haben auch hier die Leute wahrscheinlich in Bier bezahlt, weil die wirklich wenig Kohle hatten und ich finde auch hier, das sieht man dem Film, klar, du siehst, es ist ein Fanfilm, aber dafür, für das, was der Film ist, ich fand den wirklich großartig, ich fand den gut reduziert, auf, fand ich, auf dieses, was Mad Max auch ausmacht, also du hast halt eine Figur, du hast total übertriebene Dramageschichte, du hast auch hier von Fury Road, du hattest dieses Orange and Teal, ich fand die Kolorierung total toll, wie sie das eingesetzt haben in diesen Kurzfilmen und deswegen finde ich schon, dass dieser Film für den kleinen Fix zwischendurch eine gute Alternative ist auf YouTube, also für mich gibt es da eine Empfehlung dafür. Es ist kein Fury Road, aber es ist eine gute, kleine, es ist ein guter, kleiner Snack für zwischen Fury Road und Furiosa. Melanie, hast du den auch gesehen? Ich wollte den die ganze Zeit gucken und ich hab's nicht geschafft, ich hab gerade so eine, eine Minute gesehen und dann ist was dazwischen gekommen, aber ich fand's cool, dass der auch so anfängt, wie eben Fury Road anfängt und auch hier ist Furiosa mit diesen, ja, Nachrichtensprechern oder sowas, also das war schon sehr, das ist aber bei Mad, also das ist aus dem Original Mad Max auch, also so fängt die Original Trilogie auch, also das machen die, machen sie es in jedem Teil? Ich bin mir gerade unsicher, ich glaube nicht, nee. Also in Teil 1 auf jeden Fall, in Furry Road und in Furiosa war's, ja, und in dem Kurzfilm dann auch, bei Teil 2 und Teil 3, da seid ihr euch ja dann, wie gesagt, unsicher. Man muss ja auch klar sagen, dass durch die, durch die Popularität von Fury Road, ja das aktuell der, oder wahrscheinlich jetzt immer der ultimative Mad Max Film sein wird. Ich glaube, wenn man Mad Max denkt, denkt man Fury Road und erst dann an Mad Max und Mad Max 2 und 3. Ja, bei der Vollstrecke, also beim zweiten Teil ist es so ein quasi, es ist so eine Erzählinstanz, die schon das alles überlebt hat und so aus der, aus der Zukunft erzählt und das dann nochmal so rekapituliert und bei 3, glaube ich, gibt es das gar nicht. Ich glaube, der fängt einfach an, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Du, du hast Hope & Glory gesehen, oder Hope & Glory. Ich habe ihn gesehen und wie bei so vielen Fanfilmen muss ich halt sagen, ich respektiere und finde das immer wahnsinnig toll, was die da auf die Beine stellen für wahrscheinlich total wenig Geld, aber dafür ist total viel Schweiß und Herzblut. Deswegen, ich habe mir jetzt drei von fünf Sternen in meine Letterboxd gegeben. Ich fand es halt beachtlich, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte da irgendwie jetzt groß Spaß gehabt. Die drei Punkte sind wirklich nur, dass ich sage, wow, ey, toll, dass ihr das gemacht habt, aber mich erreicht es einfach nicht. Aber, das ist jetzt nicht böse gemeint. Nee, also bin ich voll bei dir. Also ist wirklich, ich habe angefangen, ich wollte das gucken und dann merkte ich so, nee, es ist irgendwie gerade, war gar nicht meine Stimmung, es war einfach gerade, also ich dachte, nee, ich möchte jetzt irgendwie doch einen echten, einen echten Mad Max film gucken. Ja, ihr wollt halt Heroin und kommt nicht mehr mit so einer kleinen Tüte Gras, klar, genau. Ich brauche den Stoff. Die Frau, die andauernd im Kino heult, echt. Okay, das ist jetzt meine Rolle. Vielleicht habe ich auch bei Hope and Glory geheult, vielleicht ist es jetzt mein Ding, vielleicht bei Furiosa auch, wenn wir endlich mal über den Film sprechen. Rotch und Wascher hat sie da gehört, Rotch und Wascher. Post-Apokalypse erinnert mich immer eine sehr schlimme Phase beim Leben. Okay. Dann darfst du eigentlich nicht Teil 3, na egal. Bevor wir jetzt zu Furiosa kommen, ich habe vorhin mit Argus Ohren hingehört und habe vernommen, dass Melanie ja Furiosa schon in Mad Max Reward sehr, sehr gern mochte. Ich glaube aber, dass das bei euch beiden Stur und Schlogger auch so war. Aber ich frage trotzdem Melanie mal zuerst. Wie war denn jetzt der Gedanke für dich, wie sinnvoll findest du das, dass George Miller jetzt ein Prequel zu dieser Figur dreht, weil Prequels haben ja immer so ein kleines Problem. Ich weiß ja, dass ich am Ende überlebe. Ich finde sie als Figur sehr spannend und ich meinte ja eben auch gerade, dass man eigentlich gar nicht mal so viel von, also über ihren Charakter erfährt in Fury Road. Deshalb, ich hatte noch offene Fragen. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie es sein kann, dass Furiosa dann diese Stellung da in dieser, wie heißen die, wie ist nochmal die Oberbezeichnung von der ganzen Gruppe mit Zitadelle. Einfach Zitadelle, die haben jetzt nicht nochmal ein separat, okay. Dass sie in der Zitadelle da halt so eine hohe Stellung hat und nicht bei den anderen Frauen gelandet ist zum Kinderkriegen. Und das habe ich mich immer gefragt, warum das eigentlich, oder immer, also seit letzter Woche gefragt, warum das eigentlich der Fall ist, dass sie dann quasi eine Kriegerin war und nicht einfach nur halt wie jede andere Frau da. Das fand ich jetzt interessant, ob der das, also das würde der dann ja beantworten. Ich frage mal die zweite Frau im Bunde. Ja, bitte. Hättest du jetzt lieber ein Mad Max-Fortsetzungchen gehabt oder doch lieber ein Prequel wie jetzt Furiosa? Ich glaube, das war mir scheißegal. Ich habe nur gehofft, dass es ein guter Film ist. Aber uns vorwerfen, wir brauchen den Stoff, ne? Ja. Ne, ich bin halt nicht so anspruchsvoll wie ihr. Das passt genau zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also da ist man ja kurz skeptisch und fragt sich, okay, was will man daraus erzählen? Aber man wusste ja schon, dass von Mad Max, dass okay, ist scheißegal, was da erzählt wird. Und deswegen war mir das egal. Hauptsache es wird wieder ein guter Film. Ja, okay, entschuldigt. Ich sage es ganz ehrlich, ich hätte jetzt kein Prequel gebraucht, weil ich finde Prequels eigentlich immer arschlangweilig aus dem bekannten Problem. Es geht ja eigentlich immer nur um das, wie wird er oder sie jetzt zu dem? Und dann fühlt sich das für mich sehr häufig wie so eine To-Do-Liste ab. Also für mich immer noch die Krönung der Schöpfung ist Solo, wo irgendwie alles, was nur halbwegs Bedeutung hatte oder auch gar keine Bedeutung hatte, erklärt wurde. Und da denke ich dann so, okay, das brauche ich nicht. Also klar, bei Furiosa ist natürlich die Frage der Fragen, sind die eigentlich mit einem Metallarm geboren worden? Und das erfahren wir in Furiosa, aber der Rest weiß, also den Antwerp, den Melanie genannt hatte, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Das ist auf jeden Fall ein plausibler Grund, warum ein Prequel hier durchaus Sinn macht. Weil man dann weiß, George Miller sich quasi bevor er Furio gedreht hat, hingesetzt hat und gesagt hat, ich muss jetzt aber von dieser Furiosa die ganze Geschichte mir aufschreiben und quasi dadurch mit Screenplays schon gearbeitet hat und eigentlich ein fertiges Skript für dieses Prequel hatte, als er schon Furio gedreht hat. Dann erklärt sich das für mich auch eingedenkter Tatsache, dass der Mann halt nicht so viel und nicht so kurz dreht, sondern eher länger. Aber es soll natürlich auch noch dazu zu Wort kommen. Wie geht's dir jetzt mit diesem Prequel Furiosa und dem Gedanken? Wie war das so im Vorwege für dich? Hättest du nicht auch eher gedacht, oh, ich würd auch gern nochmal wieder Tom Hardy sehen? Also ich fand Tom Hardy als Max grandios. Ich fand aber auch Charlize Theron als Furiosa grandios. Vor allem, die haben sich halt wunderbar, ja, ausge... Also die haben sich so hochgepusht, weil ja auch, dass diese Furiosa als Frauenfigur in Anführungszeichen ja auch so toll gezeichnet war. Ich meine, du hattest Szenen, wo sie seine Hilfe braucht, aber auch umgekehrt. Und das halt alles ergab sich organisch. Du hast zum Beispiel gesehen, dass sie wesentlich besser mit dem Gewehr umgehen kann als er. Also muss er irgendwann einsehen, okay, ich brauch ihre Hilfe, wenn es um das Gewehr geht, nur als Beispiel. Und ob ich ein Prequel gebraucht habe, ich hab mir die Frage immer ehrlich gesagt, gar nicht gestellt, weil ich mir immer dachte, der Typ, der diesen Film dreht, der hat halt Fury Road gedreht. Also ist es mir egal, ob es ein Sequel oder ein Prequel ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ja, hast du ja auch quasi. Ich meine, wenn ihr schon Fury Road zusammen guckt im Kino, dann ist das ja auch normal, dass ihr heute sehr eilig seid. Weißt du, ich denke, ich würde, dass ich Ulti. Ja, weiß ich auch nicht. Ja gut, du hast ihn ja noch 300 Mal gesehen, dann ist doch egal, wenn einer weiter freut. Es war immer so seltsam, weißt du, so mein Name ist Max. My world is fire. Ich hab nur ein Sandkorn im Auge. Aber das ist gut, dass wir nochmal lachen, weil ich komme jetzt zu dem Punkt, den ich am wenigsten mag, weil es immer ja mit der Rezeption eines Filmes zusammenhängt, so mit welcher Erwartungshaltung man da reingeht. Und das ist für mich mittlerweile echt ein leidiges Thema, weil gerade bei Fury Road und Furiosa, wenn Leute da, also das muss man vielleicht wirklich vorweg schicken. Ja, ich war, also ich hab die Trailer, also den einen Trailer, ehrlich gesagt gesehen und ich war nicht gleich so, das ist aber schlechtes CGI und Color Grade, das mag ich gar nicht. Sondern ich hab das gesehen und dachte, ja, also ich hab Bock. Bei Schlogger brauche ich nicht fragen, die guckt keine Trailer. Melanie, hast du einen Fury Road Trailer, sag ich schon, einen Furiosa Trailer gesehen und wie hat das deine Erwartungshaltung beeinflusst? Hattest du eher, hast du eher gedacht so, ey geil, jetzt freue ich mich noch mehr und jetzt habe ich Bock oder war das eher auch so für dich, dass du sagtest, naja, das CGI sieht aber nicht so geil aus? Ich hab den Trailer immer vor irgendwelchen Kinofilmen gesehen und ich hab den Trailer gesehen, bevor ich jetzt Fury Road das letzte, also ich hab den Trailer das letzte Mal gesehen, bevor ich Fury Road jetzt letzte Woche gesehen habe. Aber nachdem ich Fury Road geguckt habe und eine Kritik aufgenommen habe und ich gesagt habe, ich bin gespannt, wie Furiosa das macht, da war mir eigentlich schon in dem Moment klar, dass es wird, glaube ich, kein Fury Road. Also ich glaube nicht, dass der Film das toppen werden kann. Also es lag jetzt nicht mal unbedingt an dem CGI, aber es war einfach irgendwie so das Gefühl, ich hatte da so was Krasses vor mir, jetzt gehabt mit Fury Road und einfach das wieder zu leisten, das ist irgendwie fast eine unmögliche Aufgabe. Deshalb habe ich schon erwartet, dass ich ihn nicht ganz so gut finden werde wie Fury Road. Das klingt echt gesund, aber ich glaube, Schlager, du hast da auch eine sehr gesunde Erwartung, oder ein gesundes Erwartungshalterungsmanagement, wenn ich das richtig erinnere. Du bist ja, kommt von dir der Satz, ich gehe mal komplett leer rein oder war das meine Studienleiterin vor sieben Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Das passt auch zu mir, wie du hast ja schon angedeutet, eigentlich gucke ich keine Trailer, weil ich versuche, wirklich gar keine Erwartungen zu haben, weil ich von mir weiß, dass die Erwartungshaltung viel kaputt machen kann. Und hier habe ich den tatsächlich gesehen, weil ich im Kino war und dann lief der halt vorher. Ich würde auch keinen Trailer gucken. Und da war es so, dass ich erst mal mich daran gewöhnen musste, Anya Taylor-Joy zu sehen, weil ich finde, die hat ein sehr prägnantes Gesicht und das sieht für mich anders aus als Cillis Theron. Klar, es ist halt ein anderer Mensch, aber da war es wie bei euch mit Mel Gibson und Tom Hardy. Aber es war so, dass ich Angst hatte, dass Chris Hemsworth zu übertrieben spielt, dass der irgendwie das zu albern macht und deswegen waren meine Erwartungen dann bis von daher gesehen ein bisschen niedriger. Ja, also ich hatte auch, oder hake da einmal ein, weil ich bei Chris Hemsworth auch Angst hatte, dass er im Tiger-Way-Titi-Tour-Modus ist. Und da hatte ich richtig Schiss vor, dass das, das passt nämlich nicht zu Mad Max, finde ich. Und deswegen war ich vorsichtig gespannt auf seine Rolle. Ich sagte schon, ich glaube, Schlager und ich hatten ja auch The Flash damals den Podcast gemacht. Ich habe mit schlechten CGI nicht so große Probleme, wie Leute wissen. Wobei den Stu ja auch mochte. Deswegen können wir über solche Dinge wahrscheinlich vielleicht besser hinwechseln als der eine oder andere. Aber jetzt fragen wir mal denjenigen, der eigentlich doch Fury Road eigentlich am meisten von uns in seiner Blutbahn, in seiner Blutbahn aufgenommen hat. Wie war das denn bei dir mit der Erwartungshaltung? Hattest du eher Schiss, dass das schief geht oder ging das? Ja, also ich glaube schon, dass ich Schiss hatte. Als der erste Trailer aufgeschlagen ist, habe ich auch das Gefühl, dass jeder sich draufstürzt und sagt, wie unglaublich künstlich und schlecht das aussieht. Was ich verstehen konnte, weil der Trailer wirkte auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so poliert. Aber es war halt der erste Trailer. Deswegen, weil wie gesagt, das Totschlag-Argument, der Typ hat da Fury Road gemacht. Ja, deswegen hat mich das jetzt nicht so in Anführungszeichen gestört. Ich fand zwar, es war ungünstig, dass sie den Trailer so rausgehauen haben, aber ich hatte immer noch sehr viele Hoffnungen. Ich war da sehr optimistisch, dass das was wird. Ja, und deswegen, ich habe halt so gemerkt, dass da das Phantom in mir reinkickt, weil ich so oft diesen Trailer irgendwie verteidigt habe, was für das Schwachsinn eigentlich ist, aber wie oft ich schon Leuten wirklich gesagt habe, ja Leute, das ist nur ein Trailer, das geht auf keine Kappe. Und was Chris Hemsworth angeht, ich mag ihn. Chris Hemsworth ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel Keanu Reeves oder Tom Cruise ja auch jemand, der wirklich sich sehr für das Action-Kino engagiert, wenn auch leider oftmals nur bei Netflix, bei diesen Extraction-Filmen. Ich finde es ein bisschen schade, weil die Rolle des Tementos sollte ja eigentlich dieser, Gott, wie hieß er, Yaja Abdul-Martin der Zweite, der hier bei Aquaman den Black Manta gespielt hat und der leider abspringen musste aus Terminkonflikten, weil, wie wir ja wissen, unter anderem, glaube ich, eine Action-Sequenz fast 80 Tage Drehzeit hatte bei Führer Rosa. Aber, so viel kann ich sagen, er macht das schon ganz gut. Und er hat auch eine sehr präsente Nase, um es mal so auszudrücken. Eine besser prägnante Nase als Bradley Cooper, ein Maestro, muss ich auch sagen. Ja, aber Artverband, würde ich sagen. Selbes Make-up, nein, weiß ich nicht. Ja, ich behaupte ja, dass ich das dieses Jahr richtig gut mache mit diesem Erwartungshaltungsmanagement. Es ist aber schwierig, also gerade wenn man, auch wie ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Fury Road Ultra, wie du, aber ich bin schon ein sehr großer Befürworter dieses Films und ich finde den einfach grandios inszeniert und das ist ein toller Film. Aber ich glaube, dass meine Voraberwartungen, vielleicht auch ähnlich wie bei dir zum Selbstschutz so ein bisschen, dass ich gesagt habe, selbst wenn das CGI scheiße ist oder ganz schlecht ist, es wird trotzdem von George Miller ein Film sein, der dir gefallen wird. Also, und nicht so nach dem Motto, der muss dir jetzt gefallen, sondern der wird dir gefallen. Und deswegen, ja, ich, ich würde jetzt schon gerne so in den Filmen abbiegen, aber ich muss sagen, vielleicht den einen oder anderen als Tipp geben, guckt euch mal nicht vorher gleich nochmal Fury Road an, sondern lasst doch den Film erstmal für sich stehen, vielleicht erlebt ihr ihn dann anders als der ein oder andere, der jetzt schon in einer Kritik ganz schnell mit den Fingern schreibt, das ist aber nicht wie Fury Road, da war alles besser, früher war alles besser, wissen wir sowieso. Jetzt gehen wir so ein bisschen mal richtig ins Eingemachte, worum geht's denn eigentlich in diesem Prequel Furiosa? Möchte jemand, soll ich, wer möchte gerne die Inhalte zusammenfassen oder den Inhalt? Es ist ja wie immer bei Mad Max nicht so wahnsinnig üppig. Aber es ist schon mehr als bei Fury Road, hier ein kleiner Teaser. Ich versuche es mal Freischnauze, wenn es okay ist. Mach es mal Freischnauze. Es beginnt mit der, wenn man so will, Vertreibung aus dem Paradies. Die junge Furiosa, ich würde schätzen so vielleicht acht, neun Jahre alt, wird entführt und kommt dadurch dann in die Hände von Dementos, der klingt so wie Mentos, wie so komische Drops, fällt mir da drauf. Und ja, kommt dann über Umwege dann zu Immorten Joe und dann springt der Film 15 Jahre in die Hinsmer Zukunft und wir sehen eine jetzt ältere, junge, erwachsene Furiosa, die getrieben ist von einer, ja, von einer Aufgabe, nämlich sie möchte zurück nach Hause, aber vor allem möchte sie Rache üben an Dementos und sie hofft das einfach zu erreichen mit der Hilfe der Warboys und Immorten Joe, denn sie ist undercover, sag ich mal, als Mitarbeiterin in der Zitadelle unterwegs. So kann man es, glaube ich, grob abkürzen. Das wird alles sehr, wie soll ich sagen, ausschweifend erzählt, aber im Grunde ist das die Geschichte Sibel Rache, Punkt. Ja, das ist es tatsächlich und da kommen wir, wie ich finde, so ein bisschen in die filmspezifischen Aspekte, die wir so ein bisschen abhaken. Es ist relativ viel auf der Liste, mal gucken, was wir durchkriegen, mal gucken, wie lang wir werden. Fangen wir mal an, doch mit echt, also etwas, was heutzutage irgendwie auch neben schlechtem Colorgrading oder CGI so immer ein größerer Trend wird. Der Film geht halt 148 Minuten. Ich frage mal Melanie zuerst, wie lang hat sich für dich diese, oder wie lang haben sich für dich diese 148 Minuten überhaupt angefühlt? Gab es da irgendwelche Längen, gab es da Hänger, wie war das bei dir? Lang. Es hat sich lang angefühlt. Okay. Also für mich ist das zu lang, auf jeden Fall. Und ich denke mir wirklich, die Leute, die schon bei Mad Max Probleme hatten, beim Fury Road Film, die tun mir leid jetzt in diesem Film, weil der ist wirklich lang und ich finde, er hätte kürzer sein können und ich finde, er hätte im ersten Drittel weniger erzählen können. Vor allem, wo sie jung ist. Also ich finde es, ich finde es schon krass, wie lange sie als Kind da ist und dass es so lange ist. Ja. Gar nicht verstehen. Bist du, du bist ja, ich traue mich immer gar nicht so richtig anzusprechen, weil ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt bei Leatherbox nur gesehen, dass du den Film gelockt hast, aber auch noch nicht mehr. War er für dich zu lang? Wie war es mit deinem Sitzfleisch bestellt? Ähm. Er ist zu lang, ja. Also es tut, also pass auf, ich, es tut mir ja, alles, was ich jetzt vielleicht Negatives sage, tut mir auch im Herzen weh, aber ich fand ihn auch als zu lang, ich fand ihn nicht langatmig. Also ich saß jetzt nicht da und habe auf die Uhr geguckt oder hatte irgendwie, dass mein Hintern weh getan hat, aber es gab schon Momente, wo ich dachte, wozu ist das jetzt da? Und ich muss ja sagen, ich mochte ja die junge Furiosa irgendwie ganz gerne. Also diese Kinderdarstellerin, die hatte schon so diesen, die hatte so eine tolle Präsenz, sogar vielleicht, die hat mir sogar besser gefallen als Anya, Tana, Joy. Und ich fand die Mutter großartig von Furiosa, die, und da war ich komplett baff, die haben wir dieses Jahr schon mal gesehen, Timo. Und zwar war das bei, hier, wo die Lüge hinfällt. Ich wollte gerade sagen, das ist die, die immer nackt, also die immer viel zu knappen Bikini rumläuft. Genau, das ist Furiosa, die übrigens, die hat sogar einen Namen und die heißt nicht, weil alle in dem Film haben ja so ganz komischen Namen, aber die Mutter von Furiosa heißt Mary Jo, damit grüßt sie an die Kollegin. Ah, Ja, haben die, wo die Lüge hinfällt, gesehen, Mädels? Ja. Also die, die immer nackt rumläuft. die immer nackt rumläuft und ich hab auch eigentlich mich versprochen, es läuft nicht nur sie in einem zu knappen Bikini rum, alle Menschen in diesem Film haben zu knappen Bikinis. Das haben wir damals, glaube ich, auch in der Besprechung so festgehalten. Sehr merkwürdiges, sehr merkwürdige Vibes, die da dieser Film auszeichnen. Ich will hier noch kurz was sagen, hier, zu Laufzeit 148 Minuten. Ich finde immer, Unbedingt, du wärst auch als ich jetzt dran gewählt, nicht so hektisch. Ich finde immer, wenn Leute sagen, der Film hat so viele Minuten. Ganz ruhig, heul nicht. Doch, Achtung, gleich geht's wieder los. Das ist so, wie wenn Leute sagen, ja, mein Kind ist 26 Monate alt. Wo ich immer denke, hä, warte, Moment, wie alt ist das Kind jetzt? Sagt doch einfach, in Jahren, Digga. 26 durch 12. Also, 148 Minuten sind zweieinhalb Stunden. Können wir nicht einfach sagen, der Film ist zweieinhalb Stunden lang fertig? Bums. Nein, das stimmt ja nicht. Es sind 148 Minuten. Oh. Natürlich kannst du das sagen. Je nach welcher Fassung, wie viele Bilder pro Sekunde ist der, kürzer oder länger? Das kommt ja auch noch hinzu. Auf DVD ist er nämlich kürzer. Genau. Steht da irgendwann mal. Das wollte ich nur kurz sagen, lasst uns doch einfach das Kind beim Namen nennen, denn der Film ist zweieinhalb Stunden lang und ich sehe es so wie Melanie oder wie ihr beiden, genau. Der ist, da werden wir ja sicher vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, der Film breitet seine Story schon relativ weit aus. Ich fand es schon okay, weil es ist alles kurzweilig, aber es war alles so, ach so, jetzt kommt noch ein Kapitel, weil der ist ja ein Kapitel aufgeteilt. Ach so, jetzt noch eins. Und wenn da schon steht, erstes Kapitel und nach gefühlt einer Stunde kommt erst das zweite Kapitel, dann ahnst du schon, oh, das wird jetzt hier eine längere Sache. Aber es ist in sich schon kurz, weilig. Muss nicht so lang sein, aber man kann es gucken, so jetzt irgendwie gleichzeitig positiv und negativ ausgedrückt. Ja, ein Kapitel, eine Stunde, sechsmal, da gefällt das an dieser Stelle, muss einmal sein, der Satz. Ja, wir hatten nach der Presseverführung auch so ein bisschen das Thema angeschnitten, da gab es Kollegen, die sagten, die fanden ihn eine halbe Stunde zu lang, ich selber muss so sagen, ja, war lang, er fühlte sich für mich auch nicht, aber zu lang an, aber ich hätte ihm auch vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten weniger Zeit gegönnt, dann wäre der, glaube ich, auch genauso gut gewesen, wird zumindest so mein Empfinden gewesen. Ich war allerdings auch, das muss ich jetzt an dieser, muss ich jetzt an dieser, muss ich eine kleine Anekdote einfließen lassen, ich war irgendwann ganz froh, weil ich wirklich sehr dringend auf die Toilette musste und eine meiner Meinung nach perfekte Stelle rausgesucht habe, wo ich das geschafft habe, nicht das Gefühl hatte, was zu verpassen und dennoch irgendwie im Flow geblieben bin. Oha! Ich weiß genau, wann du auf dem Klo warst. Du warst auf dem Klo, als die, die eine menschliche Beziehung in dem Film ein bisschen vertieft. Da war ich auch auf dem Klo! Tissot. Da war ich auch auf dem Klo! Oh, ihr seid Blasenbuddies! Es ging nicht anders. Ich wollte auch nicht. Aber ich konnte nicht anders. Es ging einfach nicht. Ich hasse das auch, auf Klo zu gehen, während des Films. Zur Verteidigung bei mir war es auch so, wenn er länger, noch viel länger gewesen wäre, mein Lieber. Ja, ja, mein Lieber. Respekt auch für George Miller, weil ich finde das schon, also ich finde, das ist schon so ein bisschen gegen den Strich gebügelt, denn dieses, es hat Schlogger auch schon angerissen, es wird natürlich sehr viel breit getreten und ausgebreitet. Die Einleitung, diese Kapitelstruktur, es dauert echt, das muss man an dieser Stelle sagen, das ist vielleicht ein milder Spoiler, also wer jetzt nichts hören will, der soll mal kurz 10 Sekunden weghören. Anja Taylor-Joyer ist halt wirklich erst nach 60 Minuten Furiosa, das muss man an dieser Stelle sagen. Aber hattet ihr jetzt das Gefühl, Miller Plus, ist das jetzt irgendwie sehr künstlich auch, sprich er bläst diese simple Geschichte total künstlich auf oder war der damit noch so einigermaßen fein mit? Ich weiß, Melanie fand den einfach deutlich zu langen, das frage ich dich einmal zuerst, wie ging es dir damit mit dieser Epik, die da Miller angelegt hat? Ja, das Ding war, ich meine, ich verstehe, warum er es gemacht hat, er wollte halt einfach ein bisschen das Worldbuilding erweitern. Er wollte einfach diese Welt noch größer machen und er wollte vor allem in der ersten Stunde ja so sehr Chris Hemsworth auch erklären, um dann halt später eine Basis für den späteren Konflikt zu haben. Aber ich weiß nicht, ob es das, ich glaube, also ich mag es, wenn Worldbuilding betrieben wird, aber es war mir einfach von der Menge zu viel und wir sind einfach zu oft so vom Wesentlichen abgekommen. Das ist jetzt irgendwie so mein Gefühl dabei. Ja, ich habe tatsächlich auch ein kleines Problem mit dem, was du sagst, hinsichtlich Dementos, weil ich finde jetzt nicht, dass er, also es ist total schade, weil ich ja vorhin erwähnt habe, wie sehr ich diesen Aufbau und die Einführung von Max im ersten Mad Max schätze und so fand ich es fast ein bisschen hingeklatscht, so wie Dementos auf der Bildfläche erscheint. Das ist gar nicht böse gemeint, weil ich natürlich nicht immer, ich brauche nicht immer das Gleiche, dass es immer zehn Minuten dauert und dass wir immer nur so Stück für Stück diesen Charakter sehen. Aber so ein bisschen massiver, ikonenhafter oder ikonischer hätte ich das schon mir so erwartet. Und das war so, ich fand den Dementoseinstieg jetzt, dadurch, dass er halt auch so eine relativ lange Zeitspanne in Anspruch nimmt, fand ich jetzt nicht ganz so rund, wie man das vielleicht sich hätte wünschen können. Wie war das bei dir, Schlogger? Da würde ich jetzt eine Theorie in den Raum werfen. Wir haben den Film ja alle auf Englisch gesehen, richtig? Genau, auf Englisch auch ohne Untertitel. Normalerweise sind so Pressevorführungen ja auch oft mit Untertiteln, auch oft deutsche Untertitel, selbst wenn der Film auf Englisch ist. Und ich meine, und das war bei hier Emote and Joe auch schon ein bisschen so, wenn ich mich richtig erinnere und bei Toe Cutter auch, dass der Bösewicht, der bringt immer auch ein bisschen Verrücktheit, alberne Lockerheit durch die Art, wie er spricht und welche Worte er wählt, mit. Und Chris Hemsworth, da ging bei mir ein bisschen dadurch, dass ich den nicht auf Deutsch gesehen habe, verloren. Einmal das und aber auch, weil er ja sowieso einen Charakter spielt, der teilweise ein bisschen vernuschelt redet. Und deswegen denke ich, dass in einer Sprache, also ich hätte den, glaube ich, auf Deutsch, wäre der, zumindest Chris Hemsworth-Rolle, hätte noch einen Ticken mehr Charakter bekommen. Ich fand aber, ich fand den im Gegensatz zu dem, was du sagst, Timo, ganz gut dargestellt. Der bekommt viel Backstory, meine ich, also es war für mich in Ordnung und es ist so ein bisschen, wird dir sowas hingeschmissen, so über seine Vergangenheit, was gar nicht richtig dann ausgeleuchtet wird, wo man sich auch fragt, stimmt das, was der da gerade erzählt oder nicht? Und das hat mir ganz gut gefallen, diese Eindeutung. Ich muss sagen, ich habe ihn die Hälfte der Zeit nicht verstanden, also wenn er gesprochen hat. War es bei dir auch so schlimm, ist du? Ähm, nee. Also ich habe ihn verstanden. Also ich hatte niemals das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstehen würde, was er sagt. Er hat schon eine sehr eigene Art, sich auszudrücken. Mein Problem mit der Rolle des Mentors ist, der ist halt sehr exzentrisch und der ist auch ganz klar auffällig von seiner Charakteristik, alleine was die Optik angeht und der überstrahlt halt dadurch wirklich alles. Mein Problem ist aber, ich finde ihn halt nicht wirklich bedrohlich. Also so ein Immorten Joe, der hier auch auftaucht, nur eine etwas jüngere Variante, ist alleine von seiner Autorität, die er ausstrahlt, irgendwie für mich zumindest bedrohlicher als die Mentors. Der ist einfach nur, ja, der hat dieses, wie soll ich das ausdrücken, so dieses, dieses klischeehafte Psychopathengehabe. Das ist so, ähm, so Joker-mäßig. Ja, so, der Joker ist ja so cool, weil, guck mal, wie psychopathisch und edgy der ist und so ist halt Dementors, der, Hemsworth hatte den Spaß seines Lebens beim Dreh, glaube ich. Der geht da voll in, der macht das auch wirklich gut, aber, ich würde jetzt nicht sagen, dass Dementors für mich jetzt einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Insgesamt. Aber das war das, was mir gerade gefallen hat, klar, ich finde das auch, ich unterschreibe das zu Immorten Joe, der wirkt sehr viel bedrohlicher, der ist so still von oben herab, der ist einfach eine Präsenz und Chris Hemsworth ist vielleicht jemand, der Spaß hat, aber durch das, was ich meinte mit dem Hingeschmissenen, dass der nicht nur schwarz-weiß böse war, habe ich den also so graustichigen Bösewicht wahrgenommen und man kann auf jeden Fall darüber diskutieren, in einem Film wie Mad Max, erstens braucht er so viel Story und zweitens braucht er Bösewichte oder vielleicht auch Helden, die Graustufen haben oder reicht es da nicht völlig, in schwarz-weiß zu bleiben? Das finde ich vielleicht gar keine schlechte Diskussion, die wir jetzt nicht hier führen müssen, aber über die man spricht. Ja, wobei ich jetzt, ich habe bei Dementors, wie bei Immortan Joe, auch gar nicht so viel Grau gesehen, sondern für mich war das schon, da war das schon der Versuch, ihn relativ dunkel und düster zu gestalten und gleichzeitig so ein bisschen, also ich hatte definitiv auch Joker-Vibes, gerade was so Backstory angeht, die so nicht so ganz so zuverlässig war oder zu sein schien, aber auch vielmehr so ein bisschen so Jason Momohas Stunted-Performance so in Fast X, wo auch der irgendwie gedacht hat, so, also ich gehe jetzt, also ich gebe Vollgas, ich habe richtig Bock und bei Chris Hemsworth, wie gesagt, wir hatten alle so ein bisschen Schiss, glaube ich, dass er so in die Tor-3-4-Ecke geht und es gibt so ein, zwei Momente, wo es ein bisschen albern wird vielleicht, aber es wird nie zu albern, sondern es bleibt immer so okay. Was mir aber auch, wie es du gefehlt hat, war tatsächlich, obwohl er wirklich Dinge tut, die verwerflich, doof, gemein, moralisch, ethisch nicht korrekt sind, ist das irgendwie nie so richtig bedrohlich, weil er irgendwie doch am Ende, bei mir ist das Gefühl hinterlassen, dass er doch irgendwie eine kleine arme Wurst ist, weil er ja doch eigentlich nur so ein, zumindest, was er dann als Ziel verfolgt, irgendwie so das typische, ja, ich will halt mehr Macht und das war mir dann im Mad Max-Kosmos ein bisschen zu wenig abgedreht, denn ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich gehört zur DNA von Mad Max, dass die eigentlich alle völlig bekloppt sind und Dementos war das im Vergleich zu Immorten Joe nicht. Bei Immorten Joe ist hingegen auch die Motivation noch ein bisschen breiter, ein bisschen vielfältiger. Ja, also bei Immorten Joe macht das ja auch komplett sinnvoll, also der ist natürlich auch böse und in Anführungszeichen wahnsinnig, aber wenn du mal das aus seiner Perspektive betrachtest, ist das ja total clever und sinnvoll, was der eigentlich tut. Bei Dementos hatte ich nie das Gefühl, dass der außer wahnsinnig zu sein irgendeine wirkliche Motivation verfolgt. Ja, das ist ein interessanter Einwurf. Aber wenn wir jetzt wieder den Sprung zu, was ich dann aber gut fand an seiner Charakterisierung in der Inszenierung, den Umhang, den er hat, der erst nur so weißes Plastik ist, dann kommen wir zum nächsten Step, in dem er in die Zitadelle eintritt. Da wird er mit Rot besprüht und dann am Ende, oder jetzt nicht spoilerfrei, dass da noch eine Farbe dazukommt, warum auch immer. Und das fand ich irgendwie ganz cool, wie in diesem Umhang gezeigt wird, was alles diesen Charakter ausmacht. Und dass dann hier George Miller dann so bildlich Sachen erzählt, fand ich wiederum total großartig. Ich finde es vor allen Dingen dann wieder, das ist wieder der Anarcho Miller, der einfach, also das darf man ja sagen, weil es kein großartiger Spoiler ist, aber dieser Umhang ist halt ein Fallschirm. Und es wird halt nicht erklärt, warum man einen Fallschirm als Umhang trägt. Das ist einfach so. Das ist wieder perfekt. Ich dachte erst, es sind Plastiktüten, die aneinander genäht sind. Aber klar, Fallschirm ist viel besser. Also ich muss sagen, ich habe jetzt vorhin schon für euch so ein bisschen gehört, so Anja Taylor-Joy, nicht so ganz überzeugt. Ich muss tatsächlich sagen, mir geht es ein bisschen mit ihr wie mit Timothy Chalamet. Ich habe nie verstanden, warum der Hype um sie ebenso groß war wie bei Chalamet. Und für mich ist die Fußstapfen, die sie von Charlize Theron übernommen hat, die hat sie für mich, obwohl sie kleiner, schmächtiger ist, vollumfänglich ausgefüllt, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich muss gestehen, dass ich überrascht war, wie spät sie erst auf die Bildfläche kommt. Denn ich sagte ja schon, milder Spoiler, es dauert echt. Ich habe auf die Uhr geschaut, das sind 60 Minuten, dann ist sie erst da. Da aber gleichzeitig herausragend gutes Casting, Schrägstrich, ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen computerunterstützt war. Das Mädchen, das die kleine Junge Furiosa spielt und die spätere Anja Taylor-Joy, die Ähnlichkeit ist zu gut eigentlich, dass es nicht der Computer gemacht haben muss. Wobei George Miller ja auch mal überlegt hat, ob er nicht Charlize Theron irgendwie de-aged und sich dann dagegen entschieden hat. Gott sei Dank, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, also ich bin mit Anja Taylor-Joy echt fein gewesen, muss ich sagen. Wie war das bei euch? Melanie, wie warst du, Anja Taylor-Joy hatte ich jetzt noch nicht ganz, wie war das bei dir? Ich mag sie voll gerne eigentlich. Ich hab irgendwie so ein bisschen das Problem, also ich fand, sie hat gut gespielt, das auf jeden Fall. Ich hab irgendwie so ein bisschen das Problem mit ihr, dass ich find, sie ist nicht ganz der Charakter, den Charlize Theron gespielt hat. Also ich find irgendwie, für mich sind das ein bisschen zwei unterschiedliche Figuren. Also einmal Charlize Theron Furiosa und dann halt die von Anja Taylor-Joy, die fühlen sich für mich ein bisschen anders an, was eben an der Art und Weise liegt, wie die beiden die spielen. Und wenn man mir jetzt eine Knarre an den Kopf hält und sagt, du musst dich jetzt entscheiden, wen von den beiden willst du, also findest du besser, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, Charlize Theron. Aber ich find sie, wie gesagt, auf keinen Fall schlecht. Ich find sie sehr gut. Ich find, sie hat einfach so eine, ich find, sie hat einfach so eine sehr krasse Ästhetik auch immer, was eben an ihrem Look liegt, an ihrem Aussehen, an ihrem Gesicht. Und das fand ich gut. Und wie gesagt, auch die letzte Szene mit ihr und Chris Hemsworth, die fand ich richtig toll. Falls ihr euch erinnert, was das für eine Szene war. Die fand ich richtig toll von ihr. Das war, glaube ich, auch mit unter ihr stärkster Moment. Ja, ich bin echt, also die Entscheidung möchte ich gar nicht treffen, weil ich finde beide Performances hinsichtlich Furiosa echt, find ich sehr gut. Und ich selber mochte es sehr gerne und das ist dann auch wieder ein Chapeau an Herrn Miller, dass er es schafft, halt nicht diese Checkboxen abzuhandeln. Also jetzt müssen wir halt gucken, dass irgendwie Furiosa, das erklären wir schnell oder jetzt erklären wir in epischer Breite, wie sie so geworden ist, wie sie ist oder jetzt erklären wir, wie das mit dem Arm passiert ist, sondern es passiert einfach. Es wird einfach durch die Handlung in Gang gebracht und das mochte ich sehr gerne. Deswegen, es gibt ja diese, von Stu schon benannte Sequenz, die, glaube ich, eine Viertelstunde im Film ist und die 80 Drehtage in Anspruch genommen hat, die erzählt aber für mich über die Figur so viel, dass das wirklich gut investierte Zeit ist und by the way, auch wenn wir gleich zu zwei, drei Elefanten im Raum kommen, ist das auch von der Kreativität und der Action her wieder das, was wir eigentlich von Mad Maxo spätestens seit Furio erwarten. Stu, du weißt, glaube ich, mit welcher Szene ich oder auf welcher Szene ich gerade anspiele. Wie ging es dir so generell mit dieser Art des Figurausbaus bei Furiosa und mit der Action? Erzähl mal. Die Action ist, wenn sie vorkommt, großartig mit die beste, die wir dieses Jahr gesehen haben und wahrscheinlich sehen werden. Diese eine Sequenz, die wir jetzt schon genannt haben, ist der Wahnsinn, die ist toll, die macht Spaß. Oh, ich höre aber ein großes Aber. Ja, der ganze Film ist für mich ein großes Aber. Schack. Ja. Ich kann es nicht so richtig gerade in Worte fassen, weil meine Sichtung noch relativ frisch ist, sage ich mal. Und ich glaube, Männern, die ging es da eh nicht, weil wir ihn ja gemeinsam gesehen haben. Der Film hat unbestreitbare seine Qualitäten. Die kann man ihm nicht absprechen und er ist halt einfach auch ein Opfer der Erwartung. Du kannst einfach nicht Furioad bringen und danach ein Prequel und dann erwarten, dass du keine Erwartungen da dran setzt. Und ich finde es toll, dass er nicht die Furioad-Mechanik nutzt. Aber es tut mir leid, ich saß da jetzt zweieinhalb Stunden und habe vieles genossen, aber ganz oft ging es mir so, ich saß da und hatte dieses Gefühl, eigentlich ist es mir gerade vollkommen egal. Oh. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht, aber mein Problem ist, ja, wenn er Action zeigt, erzählt er damit viel über die Charaktere, das funktioniert. Mein Problem ist mehr, was er mit der Welt macht. Eben. Das ist mein Problem, denn so viel sage ich, er fügt viel hinzu, und raubt der Welt für meinen Geschmack dadurch mehr Faszination, dass es ihr hinzufügen. Das heißt, du gehst dieses, also ich habe immer, nach der Presseführung, muss man wieder zu sagen, es gibt ja immer so einen kurzen Austausch und ein kurzes Statement, was er abgeben soll. Und mein Vorredner sprach von Worldbuilding und dann habe ich gesagt, wieso, das ist doch kein Worldbuilding, das ist Developing, also das wird ja einfach noch ausgebaut. Und du sagst also, du mochtest das nicht so gern, dass jetzt die Welt doch, wie ich finde, echt schon an drei, vier Stellen deutlich und signifikant ausgebaut wurde. Also du hast das nicht gebraucht. Nee, gar nicht tatsächlich. Und zu Anya Taylor-Joy, ich habe nichts gegen die Frau, die macht einen guten Job, aber ganz ehrlich, für mich ist Charlize Theron furiosa und wird es immer bleiben. Da hat Anya Taylor-Joy, auch wenn die echt krasse Augen hat, würde man sagen, also gerade wenn die so schwarz geschminkt ist, dann diese weißen Augen, das sah krass aus, wirklich toll. Aber für mich gibt das überhaupt keine Diskussion. Für mich ist ganz klar, Charlize Theron vor Anya Taylor-Joy. Ja, ganz klar. Ja, und wir haben ja auch über die dritte Furiosa gar nicht so viel geredet, aber es wurde angedeutet, die die Junge spielt, die ja auch relativ viel Platz im Film einnimmt, die Lila Brown, die ja auch bei Three Thousand Years of Longing schon mitspielt. Also die scheint George Miller ja gut gefallen zu haben und ich kannte die auch aus Sting, da hat sie auch viel Raum. Also die kann auf jeden Fall Schauspielern, das macht sie hier in dem Film auch. Und zu der Action, die du angesprochen hast, Timo, da sehe ich es genauso wie Stu, also ich habe auch meine Stimme nach der Pressevorstellung wahr. Ja, also in den Teilen, in der die Action da ist, dann fand ich es großartig. Und in den anderen Teilen ist es ein bisschen ein anderer Film. Ob das dann schlecht ist, das muss man dann, muss dann eben jeder selbst entscheiden. Und wir haben ja danach auch darüber gesprochen, dass man vielleicht, und jetzt mache ich einen ganz großen Bogen zu unserem Anfang, in dem es um die ersten Mad Maxe ging, das sind, vielleicht kann man das gut damit vergleichen, es sind einfach unterschiedlich erzählte Mad Maxe. Also du kannst nicht Mad Max 1 und Mad Max 2 vergleichen und vielleicht auch nicht Mad Max 2 und Mad Max 3, obwohl die sich ja schon ein bisschen ähnlicher sind. Und so sieht man es vielleicht auch hier mit Fury Road und Furiosa. Es sind beides Mad Max Filme, aber auf unterschiedliche Art erzählt. So habe ich es mir dann ein bisschen schön geredet. Wenn man das schön redet, ist es negativ. Der Unterschied ist aber halt einfach, dass wir es hier mit dem Prequel zu tun haben. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich wirklich essentiell viel mehr jetzt über Furiosa weiß. Klar, mir wird gezeigt, wie sie, Spoiler, ihren Armfall verliert. Aber das ist, trotz allem kann ich nicht sagen, dass sich die Furiosa, die ich mir jetzt in Fury Road ansehen werde, dass sich da irgendwas jetzt verändert hat. Ich gehe jetzt nicht wirklich mit einer neuen Perspektive daran oder habe das Gefühl, ich habe die Figur, die ich vorher schon verstanden habe, jetzt noch mehr verstanden. Es bleibt die gleiche Figur. Und es ist vielleicht ein bisschen der Star Wars Effekt, dass die Prequels, also jetzt die Episode 1 bis 3, so krass viel technisch weiter aussehen, als dann Episode 4 bis 7, wo wir dann hier vielleicht noch über CGI sprechen können. Aber sorry, was wolltest du noch sagen, Timo? Ich bin da gar nicht bei Stu, also im Sinne von, dass ich das auch nicht erwartet habe, dass ich jetzt eine neue Facette oder eine ganz logische Charakterisierung von Furiosa bekommen soll. Ich habe es eher so erwartet und deswegen habe ich mir auch wirklich diese erneute Sichtung von Fury Road noch aufgespart. Ich hatte eher so das Bedürfnis, einfach mehr Zeit mit dieser Figur fürbringen zu können. Und das hat mir Miller tatsächlich geliefert. Und deswegen bin ich, ich bin, wie gesagt, ich bin heilfroh, dass diese Checkboxen, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich kriege jetzt so eine, so eine drangeklatschte oder hinterhergelieferte Origin-Story, die dann wirklich meist sehr, sehr wenig Sinn macht oder aber den Charakter total verändert. Und das fand ich jetzt bei Furiosa von Anja Taylor-Joy nicht. Ja, ich gebe allem mit, dass sie jetzt nicht die ausufernde Motivation für ihre Taten bekommt und es ist am Ende eine simple Rache-Story. Aber ich konnte damit wirklich gut leben, weil es für mich auch wieder zur Mad Max-DNA gehört. Was ich viel spannender fand, so, wenn es um Welterweiterung und um, ja, sozusagen die Stakes geht, fand ich es mal ganz cool, also, wenn es auch schon in anderen Filmen eine Andeutung, dass es mal zwischen Herrschern und ihren Untergebenen geknackst hat oder es irgendwie Konflikte gab, hier fand ich es halt spannend, dass es doch eher so ein, ja, fast so einen feudalen Charakter hatte, also, dass der Dementus eigentlich gerne die Vorherrschaft über diese Zitadelle erlangen möchte und Immorten Joe dann, da findet dann so ein Kompromiss statt und so eine, so ein, so ein, eigentlich für beide fauler Kompromiss, aber das fand ich ganz spannend und als dann kurz noch quasi diese Verhandlungsmasse Furiosa da ist, die also irgendwie dann zu Immorten Joe rüberwandert und da irgendwie so, quasi noch so eine Verheiratung angedeutet wird, das fand ich irgendwie sehr konsequent und einen neuen Anstrich in Mad Max Franchise. Aber, ich mache schon das Aber, dafür, dass sie da so viel Masse hat in der Verhandlung, habe ich danach die Geschichte nicht verstanden, warum sie nicht erkannt wird. Also, das hat mich total irritiert. Ob sie jetzt wichtig ist oder nicht, habe ich dann gar nicht mehr verstanden. Aber ich habe einfach im Film gesessen und gesagt, okay, wir gucken hier einen Mad Max Film, da will ich nicht mit, wie logisch ist die Story rankommen. Aber das hat mich schon stark irritiert. Auch sowas wie, am Anfang schneidet sie die Ölkabel durch von den Motorrädern, aber es hat überhaupt keine Konsequenz. Warum schneidet sie die denn durch und es ist am Ende scheißegal? Aber das darf man hier einfach nicht, man darf hier nicht mit zu krasser Logik rangehen. Okay, mit den Ölkabeln, das kann man in der Hinsicht erklären, sie wollte sie halt ausbremsen und dadurch, dass die dann aber von der Kugel ausgebremst werden, da hast du nicht mehr mitbekommen, dass die wahrscheinlich dann drei Meter weiter keinen Meter weiterfahren können. Ja, das fand ich halt schwierig, weil wir nicht genau sehen, welche Motorräder da durchgeschnitten sind, ob es die sind eingeschossen. Egal, man darf da nicht mit so einer großen Logik gehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was Miller gar nicht bei uns großartig, oder was wir nicht hinterfragen können und was auch Miller gar nicht großartig thematisieren möchte. Es geht einfach auch darum, zu zeigen, dass auch Furiosa da schon eigentlich recht clever agiert. Also, ich meine, wie sie da auf dem Motorrad zusammengebunden liegt und trotzdem noch mit den Zähnen das durchbeißt. Das zeigt einfach wie, für mich zumindest zeigt das, wie stark diese Figuren, wie willensstark und wie durchsetzungsfähig sind. Das war wieder cool. Das war cool, das Durchbeißen, aber dieses Durchschneiden vorher. Allgemein, also, das muss man auch mal sagen, genau wie Fearow, dieses Art-Design, nenne ich es mal. Also, die Kostüme, das alles sieht halt bombengeil aus, wirklich. Diese Motorradhelme aus Knochen und was, es gibt wirklich in jeder Szene Minimum 20 Sachen, die du bei Pause drückst, wo du denkst, oh wow, ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Das war ja für mich auch der große Reiz bei Mad Max Fury Road, dass es so viele Details gab, wo ich mich dann selbst gefragt habe, okay, was bedeutet das? Und was sich bedeuten soll, dass der Film dann irgendwie die Antwort liefert. Ich finde es ja sehr schön, so ein bisschen, ich nenne es mal, herausgefordert zu werden. Und das bietet auch furioser. Also gerade diese Details wirklich mannigfaltig vorhanden. Das war auch wieder sehr schön. Aber das hat dich dann nicht gestört, du, dass es dann zu weit die Welt ausgeweitet wurde? Das war dann okay. Ich hätte es halt nicht gebraucht. Also ich fand, ich wusste halt, es gibt Gas Town und ich weiß, es gibt die Bullet Farm. Ich hätte es nicht gebraucht, zu sehen, wie die jetzt aussehen oder wer da irgendwie der Herrscher ist oder sonst was. Das hätte ich einfach nicht gebraucht. Und was eben noch ein Problem ist, dass ich jetzt übernichtme und die Zügel. Ich finde halt, der Film hat ein Pacing-Problem. Ganz klar. Es gibt ja irgendwann noch diese Figur, die von Tom Burke gespielt wird, dieser Praetorian Jack. Das ist ja so ein bisschen für alle, die unbedingt einen Mad Max-Verschnitt haben wollen. Hier habt ihr ihn. Ich sehe ihn eher so als diese typische Mentor-Figur, also die dann quasi furioser so ein paar Handgriffe beibringt. Ja. Der Film ist halt auch, Sturka sagt es ja schon in seinen fünf Kapiteln, der wirkt auch sehr episodisch strukturiert und erzählt. Und manche davon, manche Episoden haben für mich funktioniert, aber diese ganze, ich nenne es mal Beziehung zwischen ihm und ihr, die jetzt keine wirkliche Liebesgeschichte war, so kam sie mir nicht vor. Das war mehr so ein bisschen wie, da haben sich einfach zwei gefunden, aber es muss nicht zwingend was Romantisches sein. Aber das hat bei mir nicht funktioniert. Also der wurde meines Erachtens sehr schnudrig eingeführt. Der war einfach, hier ist er und dann wurde er auch wieder rausgenommen. Und das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Und so kleinere und größere Pacing-Probleme habe ich für mich in diesen zweieinhalb Stunden immer wieder ausmachen können. Melanie, wie war es bei dir? Du hast, ich glaube ja, du hast ein bisschen zustimmt, wie sagt man das, verbal genickt. Aber waren die Pacing-Probleme für dich so klar und deklatant? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig zu meckern, was das angeht. Ich fand jetzt nicht, dass der, also der Film bremst mal ein bisschen, aber er geht halt nie in die Vollbremsung und verliert so komplett sein Tempo. Nee, komplett verliert er auf jeden Fall nicht sein Tempo, aber man, der hat schon für mich auch Längen. Also, ja, geht auch so ein bisschen in die Richtung, also es war nie uninteressant, ne, das nicht. Es war, es war nie uninteressant, aber jetzt auch da die Richtung, wo ich, das war ja auch die Stelle, wo ich dann auf Klo gegangen bin, weil das auch für mich dann eben so die ideale Stelle war, wo das halt zwischen den Beinen war, wo ich jetzt sagen konnte, okay, ist jetzt nicht so wichtig, wenn ich das jetzt vielleicht verpasse. Und das ist dann. Boah, ihr seid so emotionslos. Echt, ey, ne, schlimm. Wir beide. Dafür gehe ich doch in einen Mad Max-Film. Ich will Drama. Ich will heulen. Ich will Gefühle. Ich will heulen, genau, danke schön. Ja, ich fand auch ihn als Figur irgendwie einfach sehr austauschbar. Irgendwie, also so sein Charakter war einfach sehr flach. so. Der war einfach da, um dann halt, ja, halt seine Funktion zu erfüllen. Ja, ich bin da echt ehrlich, also da hat mich vielleicht das Rewatchen kurz vor, also die, dass ich nochmal die Trilogie wirklich kurz vor jetzt Furiosa gesehen habe, ist, bin ich damit gar nicht so, habe ich damit gar nicht so große Probleme und bin damit relativ fein, weil das eigentlich typische Mad Max-DNA ist, dass da halt Charaktere sind, die, da wird, also wird manchmal noch nicht mal der Name genannt, sondern die haben ihre Funktion, dann sind sie da und irgendwie zehn Minuten später sind sie auch schon wieder gestorben. Das ist ja, finde ich auch ein bisschen das, was das diese Welt auszeichnet. Irgendwie ist das ja für mich komplett entmenschlicht und da sind so Gefühle, Schicksale, Moral, Ethik, kannst du sowieso alles vergessen. Spannenderweise macht ja nun Miller mit dem, dem Anfang da, mit dem Pflücken des Apfels da ein Bild auf, was wir nun aus ganz anderen Kontexten kennen, verfolgt das aber, finde ich am Ende in einer anderen Art und Weise sehr, sehr geschickt war, da anstatt da irgendwie biblischen Anfänge und Anklänge zu wählen. Aber das ist ja tatsächlich das, was ich mit am interessantesten jetzt wirklich fand bei der Sichtung, wie Miller auf dieses Thema Mythos, Mythologien eingeht. Wie gesagt, am Anfang haben wir diese Vertreibung aus dem Paradies, mit einem Pfirsich, aber das, also es gibt ja dann auch im Laufe des Films, wird ja auch das trojanische Pferd angewandt als Taktik. Das ist ja auch ein Mythos und das letzte Bild von Dementors, ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, hat ja auch was sehr, auch was sehr mythologisches und das finde ich sehr interessant, weil die Mad Max-Reihe an und für sich auch immer so aufgebaut ist. Wir haben ja schon erwähnt, bei der Vollstrecker im zweiten Teil wird das ja auch so erzählt, wie von einer Legende und der Film an sich heißt jetzt Furiosa, ein Mad Max-Saga. Das fand ich unglaublich spannend, wie Miller das einsetzt und das ist ein bisschen schade, weil ich ihn halt von der Art, was er erzählt und worum es vielleicht geht, um so viel interessanter finde, als jetzt die Welt, die ich jetzt wieder betreten habe und auch die Action. Die Action ist toll, versteht mich nicht falsch. Die Action ist, wenn sie kommt, ist die super. Da müssen wir nicht drüber reden. Famos. Und natürlich, jetzt kommt wieder das mit der Erwartungshaltung, aber ich kann halt meine Erwartungen nach Fury Road nicht einfach so abstellen. Das geht nicht. Ich bin auch nur ein Mensch und es ist ein, ich klinge einfach sehr negativ, Mad Max oder Fury Rosa, Furiosa im Mad Max-Saga, so heißt der, ist kein schlechter Film. Ich freue mich, den jetzt am Mittwochabend nochmal zu sehen in einem Preview, aber ich will ehrlich sein, wenn ich diese Preview-Karten mir nicht vorab schon geholt hätte, würde ich ihn, glaube ich, nicht, würde mich, glaube ich, nichts mehr ins Kino ziehen. Okay, das ist von dir wirklich ein durchaus hartes und überraschendes Urteil. Jetzt würde ich aber ein bisschen in die Ursachenforschung gehen, weil man nun bei der Kamera einen Wechsel, also John Seale, der DP vom letzten Fury Road Film, ist da gewechselt, das ist jetzt Simon Dugan, der das Ganze übernimmt und ich muss auch wieder ehrlich gestehen, ich fand jetzt von den Bildern her das ähnlich stark wie bei Fury Road. Ich weiß nicht, wie es jetzt den Mädels ging, gerade jetzt Melanie, die hat jetzt auch den frischesten Eindruck aus Fury Road. Hast du jetzt einen großen, großen Unterschied, was für die Kameraarbeit gesehen? Nee, nee, also ich fand die auch wirklich gut. Natürlich, man muss sagen, und das hängt ja jetzt mit Kameraarbeit, aber auch mit Schnitt zusammen, der ist natürlich nicht so dynamisch wie Fury Road, aber von den Bildern, die er eingefangen hat so und wie die Kamera gearbeitet hat, die hat auch sogar einige Sachen übernommen, die eh nicht bei Fury Road, wie bei Fury Road, mein Gott, das ist so ein schwieriges Wort irgendwie, zu viel Roos drin, ich kenne das. True Road. Ja, ja, ich hatte das. Und zum Beispiel auch, dass er so auf die Charaktere, wenn die in den Fahrzeugen sitzen, so draufzoomt. Das hat er ja auch einmal mit Chris Hemsworth gemacht und sowas, oder wahrscheinlich auch mehrmals. Mehrmals, ja. Ja, das fand ich eigentlich wirklich gut. Also kann ich nichts gegen sagen. Ja, und ich, Moment, was war die Frage? Kamera, okay, ja, also Inszenierung, wenn die Action dann da ist, fand ich auch Wahnsinn. Also dieser eine epische Kampf dann, da sind Kamerafahrten drin, da denkst du, hä, wie haben die das denn gemacht? Das verstehe ich gar nicht. Da sind so, also ich liebe ja Plansequenzen, also wenn man lange Sachen ohne sichtbaren Schnitt hat, das finde ich immer, das begeistert mich immer, weil dann bin ich richtig in der Action drin, weil das ist wie das echte Leben, da haben wir ja auch keine Schnitte und das fand ich ja auch großartig. Ja, also, bevor ich hier noch weiter Lobhudel an den Stellen, wo es abgeht, da geht es richtig ab und beim Rest war die Kamera, ist sie mir nicht negativ aufgefallen. Also ich habe jetzt die von vorher nicht so groß vor Augen, aber da war alles zu mir. Jetzt hast du Angst, du in diesem Bereich zu fragen, aber ich bin trotzdem nur agierig. Alles scheiße, hört doch auf mit der Kacke, ist doch alles furchtbar, alles negativ Quatsch. Also der Film hat, finde ich, einen deutlich digitaleren und cleaneren Look als Fury Road und ich finde, Fury Road ist halt einfach ein Rausch. Der fängt halt an, zieht dich mit zwei Stunden lang und dann ist das Film zu Ende und bei Furiosa hast du halt, wie gesagt, auch mal Pausen. Deswegen finde ich schon, ich merke das schon einen Unterschied, weil dieser John Cena, wie gesagt, der war eine Größe, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Film kacke aussieht, Gott bewahre, nein, auch da sind wieder meist sehr fachsamen Werk, gar keine Frage. Ja, also bei Fury Road, da wirst du hinten ans Auto drangehängt, du wirst einfach mitgeschleift und bei Furiosa, da sitzt du halt auf einem Sitz und guckst zu, im Auto schon, aber du wirst nicht einfach mitgeschleift. Das ist ein bisschen bequemer. Ich würde das Bild einmal voll machen, ich würde sagen, Fury Road ist so irgendwie Formel 1 mit, also du fährst einfach los, kein Warm-Up, keine Reifen aufwärmen, sondern es geht direkt los und hier hat irgendwie George Miller nochmal auf jeden Fall gesagt, so, macht euch schön warm und ich habe auch noch ein paar Heizdecken auf die Gummis gepackt. Das fand ich so, also ich muss auch, da bin ich ja voll bei euch, diese Einführung ist schon sehr lang, auch ich bin, ehrlich, ich finde den Look auch deutlich digitaler, vor allen Dingen war es so, was so die Übergänge und Vordergrund, Hintergrund, also Vordergrund analog und in echt und Prop und Hintergrund digital mit Compositing und so weiter ergänzt und da denke ich dann manchmal, also das ist wirklich eine offene Frage, weil ich darauf keine Antwort weiß, liegt es an der mangelnden Zeit, liegt es an der anderen Technologie, die sich vielleicht verändert hat, liegt es auch ein bisschen, ich meine der Film hat jetzt auch nicht 250 oder 300 Millionen gekostet, sondern so schätzungsweise so 170 Millionen Dollar ist immer noch viel Geld, aber es ist halt immer noch kein irgendwie Avengers Endgame, der mit 300, 400 Millionen da zu Buche schlägt oder ist es einfach tatsächlich, ey das dürfen wir nicht vergessen, das ist jetzt das große Thema und da braucht ihr vielleicht gar nicht drauf antworten, ist vielleicht einfach so, dass die Leute, die es machen, das nicht besser können, also das ist vor 10 Jahren einfach kompetentere Menschen gab und die es einfach der nächsten Generation an VFX-Artists das nicht richtig beigebracht hat, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja oder es ist, vielleicht sind die Artists heute, vielleicht gefällt denen der Look ja besser, vielleicht verändert sich doch so, gibt es da so ein Shift in der Geschmacksrichtung, das ist jetzt eine pure Theorie, aber vielleicht gibt es da ja auch irgendeine Art Shift in, was sieht denn visuell, was gefällt denn da? Das ist durchaus ein Punkt und ich glaube also, ich frevel jetzt Fast & Furious und Mad Max Fury Road oder Mad Max in einen Topf zu werfen, aber ich kann mich an vor allen Dingen den neunten Fast & Furious Teil erinnern, wo ich weiß aus Making-of-Material, dass einiges wirklich handgemacht mit echten Fahrzeugen passiert ist, aber durchs Digital Compositing und durchs Filtering so kaputt gematscht wurde, dass du halt nicht mehr unterscheiden kannst, ist das jetzt digital oder ist das analog und zwar nicht im Guten, dass du denkst, so wie bei Free Road, Mann ey, ich kann nicht mehr unterscheiden, was digital, was analog ist, es sieht alles so echt aus, sondern es sieht alles so unecht aus, also ich erwarte quasi, es sei echt, aber es sieht für mich unecht aus, obwohl es tatsächlich echt am Set gedreht wurde und das ist schon tatsächlich schade. Ich muss aber auch wieder hier sagen, ich bin heute der positiv Gestimmte, mich hat davon nichts so sehr rausgerissen, wie das bei einigen Kolleginnen und Kollegen der Fall ist, also damit meine ich nicht euch, sondern wirklich aus anderen Podcasts, aus der Film-Bubble, die dann sagen, nee, CGI war doof, war schlecht, deswegen war der Film schlecht und da bin ich ehrlich gesagt, da war ich zu sehr und zu gerne in dieser Welt wieder drin. Also der Film ist technisch, ist der super gemacht. Ich finde, auch da wieder im Vergleich mit Fury Road, Fury Road wirkte mehr aus einem Guss und bei jetzt Furiosa gab es schon die ein oder andere Szene, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt da gerade nicht, aber nicht in der Hinsicht, dass ich das Gefühl habe, dass es mich rausreißt, dass ich immer das Gefühl habe, warum gucke ich gerade so einem Pixelmatsch zu, ne? So schlimm war es nie, aber wie gesagt, der Look ist einfach ein bisschen, ich will nicht sagen digital, das klingt immer so negativ, aber wirklich so kleiner, irgendwie, bisschen sauberer, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Film halt eine Vorgeschichte ist, vielleicht will er damit zeigen, die Welt ist doch nicht vollkommen im Arsch, macht dann aber auch jetzt wenig Sinn, wenn ich darüber nachdenke. Ja, das ist doch dieser Star-Wars-Effekt dann vielleicht. Ja, also es ist halt so, dass der John Seale, der andere Kameramann, der jetzt auch 81 Jahre alt ist und in Rette gegangen ist, das war sich verdient, der kommt halt noch wirklich klassisch vom Film, also der auch wirklich mit Film gearbeitet hat damals noch, der hat Sachen gedreht wie der einzige Zeuge und der Simon Duggan, der glaube ich auch jetzt schon 60 Jahre alt ist, der kommt halt wirklich aus dieser digitalen Welt, der hat halt so 300, Teil 2 hat er gemacht, Warcraft The Beginning und diesen iRobot, also ich sage nicht, dass der nichts kann, bitte nicht falsch verstehen, aber vielleicht ist das einfach ein anderer Handwerker. Warum George Miller den genommen hat, vielleicht weil er für Matt Mel hier Hexor Rich mitgedreht hat, das kann sein, ich kann es dir nicht sagen, aber ich für meinen Teil, wenn es wirklich nur darum geht, die Bilder einzuordnen, welche finde ich schöner, für mich gewinnt ganz klar viel Road. Ja. Ja, aber was wir schon gesagt haben, jetzt um wieder was Positives zu sagen, die Fahrzeuge und diese Sets, die da gebaut werden und die Kostüme, die sind toll, also da kann man, auch wenn dieser digitale Look so ein bisschen über dem Film schwebt und in den Hintergründen, keine Ahnung, aber dass sie trotzdem, also bei den Fahrzeugen und bei dem ganzen Setdesign, da fällt das nicht auf, wenn da irgendwas ist, das ist einfach, das ist großartig, wie auch bei Fury Road. Ich bin auch, also ich wäre schwer enttäuscht, wenn Make-up und Kostüme nicht zumindest eine Oscar-Nominierung kriegen würden, weil das ja einfach fantastisch aussieht und du guckst dir jede Figur an und sie hat immer ein besonderes, irgendwie unikates Merkmal, das mochte ich ultra gern, also das ist wirklich herausragend. Hau raus. Und zwar der Score, weil der Film irgendwie, gefühlt war er dann schon vier Stunden lang und dann habe ich das erste Mal das Thema gehört, was ich aus Fury Road kannte und dann habe ich gesagt, ach stimmt ja, habe ich das einfach nur vorher nicht wahrgenommen oder fandet ihr auch, das ist sehr spärlich? Also klar, es ist nicht, es ist kein Mad Max, also es ist ein Furiosa-Film, aber man kann doch trotzdem öfter einsetzen, dieses Thema, oder? Also es ging nicht nur mir so. Ich habe noch eine ergänzende Frage an unsere Kolleginnen aus Köln und Kollegen. Ich selber weiß nun aus Fury Road, Kino und Zuhause Erlebnis, wie dieser Score so eine perfekte Symbiose mit den Bildern bildet und das war jetzt bei unserer Sichtung auch nicht der Fall. Also neben dem, ich glaube auch bewusst von Tom Holgenburg, nicht so überstrapaziertem Thema, hat er auch irgendwie, also zumindest war es bei uns im Screening so, ich hatte das Gefühl, dass der Sound nicht so ganz so brachial war wie zuletzt, also nicht nur der Sounddesign, sondern auch der Score. Wie war das bei euch beiden in Kölle? Also ich sage mal so, wir kamen aus der Vorstellung raus, haben uns mit Kollegen unterhalten und ich glaube, ich habe dann irgendwann, so ist mir aufgefallen, hat er überhaupt Musik? Und dann habe ich mir dann gefragt, sag mal, ist dir die Musik aufgefallen? Und wir beide waren dann wirklich so, ja, stimmt, ich glaube, wir haben mal das Brothers in Arms-Film aus dem Fury Road gehört, aber ich war wirklich rückblickend, wirklich überrascht, ich habe diese Musik nicht wahrgenommen, gar nicht. Und wenn ich zurückerinnere an Fury Road, da war er wirklich so, das hat sich ja wirklich auch mitgerissen, das war ja Wahnsinn. Und wenn du mir jetzt nach der Sichtung gesagt hättest, übrigens, was ist dir aufgefallen, es gab keine Musik, hätte ich gesagt, nö, ist mir nicht aufgefallen. Ja, wie Timo halt gerade meinte, das ist halt so eine Symbiose gewesen. Also ich habe wirklich, wirklich diesen Gitarristen vermisst und die Trommeln. Also das hat ja so viel in diesem Film ausgemacht. Und man hat einfach dieses, man hat diese Leere gespürt, ich weiß nicht. Also es gab eine Stelle, da war ich da und da ist mir aufgefallen, es läuft gerade Musik. Wirklich eine Stelle und das war's. Ja, krass. Also ich dachte wirklich, es könnte vielleicht eine Soundanlage bei uns liegen im Savoy, weil das schon das ein oder andere Mal so ein bisschen schwächer auf der Brust war. Aber ich kann das übrigens, ich habe heute den Score nochmal so gehört, während der Zugfahrten, die ich auf mich nehmen musste. Und der klingt für sich wieder echt grandios, bombastisch, alles drum und dran, alles tut die, aber auch da wieder, vielleicht wie die Bilder, vielleicht wie die Action, vielleicht wie andere Aspekte im Film, auch da wieder fehlt so das Prägnante vielleicht, der Wiedererkennungswert. Also es ist nach wie vor wieder ein toller Score, auch ein deutlich besserer Score von Tom Holkenburg als jetzt für Godzilla, Kong, The New Empire. Da fand ich den, klang da echt so nach Orchester aus dem Keyboard. Das heißt hier nicht der Fall. Das klingt wieder alles schön handgemacht und wirklich brachial. Aber im Film selber kommt es mir eine Spur zu kurz, als hätte man die Regler so nach dem Motto, ja, dreh mal ein bisschen runter. Das war irgendwie beim letzten Mal schon ganz schön laut und das muss ich sagen, hätte ich nicht gebaut. Ich hätte es genauso laut und bombastisch wie bei Fury Road gebraucht. Naja. Das hat viel ausgemacht. Ja, so ist das. Also ich merke schon, wir biegen, finde ich so ein bisschen in Richtung letzter Aspekt. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, was wir noch nicht thematisiert haben? Irgendwas, was ihr noch loswerden möchtet? Ich muss halt sagen, was er halt echt immer noch schafft, der Aldo Georgi, dass er so auch einzelne Bilder entwirft, die ich einfach großartig finde. Es gibt einen Moment, da sehen wir das Innere von diesem Warwick, Warwick, womit sie halt ihre Sachen transportieren. Und da sitzt so ein kleiner Mensch halt drin und um ihn herum ist halt so Gemüse. Das ist so ein tolles, fantastisches Bild. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer sage, das kann der George auch noch. Er kann nicht nur wirklich famose Action inszenieren, er hat auch noch immer so ein Gespür für einzelne Bilder, die ich zumindest bei mir in Erinnerung habe. Bleibt. Ja, cool. Mädels, habt ihr noch was? Nein, ich glaube nicht. Dann lass uns doch einmal von uns vielen hören, wie wir so abschließend über Mad Max beziehungsweise für Rosa Mad Max Saga denken. Fangen wir mal bei unserer bei unserer jüngsten Vertreterin des Tele-Stammtisches an. Melanie, dein abschließendes Fazit. Okay, ich lege gerne los. Sorry Melanie. Sorry du, bitte. Das ist kein schlechter Film. Also das ist auf gar keinen Fall ein schlechter Film. Ich muss kurz. Autsch. Nein. Nein, das ist kein schlechter Film. Man kann ihn auf jeden, man sollte ihn vielleicht auch im Kino gucken, wenn es, wenn man sowieso ein Mad Max Fan ist, dann wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn nicht gucken sollte. Aber es ist halt, es tut mir leid, das zu sagen, es ist halt leider nicht wie Reroad. Also man muss halt mit einer anderen Erwartungshaltung drangehen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Und er hat wirklich ganz, ganz tolle Action. Szenen. Also das muss man dem einfach lassen. Punkt. Die ewig jung gebliebene fast noch mit Eierschalen hinter den Ohren. Schloggi, wie war es bei dir? Erzähl. Mit Eierschalen hinter den Ohren. Das finde ich toll. Also ich habe mir gerade das Bild überlegt. Entschuldigung. Ich finde, wenn Fury Road so ein Salat ist, das war einfach, ist runtergebrochen. Du hast einen Salat mit einem geilen Dressing. Fertig. Und Furiosa ist der gleiche Salat, das gleiche Dressing, aber dann liegt da noch ein zerschnittenes, da liegt noch ein paniertes Chicken, ein Huhnfilet obendrauf. Dann ist hier noch Feta, da noch Kidneybohnen, hier noch ein bisschen Nudeln. Also der Film hat im Grunde, im Herzen ist er noch der Grundsalat mit dieser Action, die wirklich geil ist. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, mit der Ausstattung. Aber er war mir einfach zu viel. Da war zu viel dran gespeckt. Und das ist auch alles geil, wenn man da Bock drauf hat. Aber das hat der Film nicht nötig gehabt. Und das ist das Gleiche, was wir schon gesagt haben. Das ist auch nicht schlecht, was da oben drauf liegt. Geil, was paniert ist immer gut. Aber ich habe halt einfach, mir hätte auch der Salat gereicht, um das so zu sagen. Deswegen ist es auf keinen, man kann sich den Film angucken, man wird bei dem Spaß haben. Ich hatte bei dem viel Spaß. Aber diese ganze Story hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte nicht so viele Rollen gebraucht. Für mich wäre es total fein gewesen, wenn sie schon wieder einfach nur hin und zurück fahren. Aber mit anderen Figuren. So ist halt, genau, es sieht halt geil aus und mehr hätte ich nicht gebraucht. Aber es ist nicht schlimm, dass da mehr dabei ist. Mein geschätzter Kollege und Freerode-Ultra, Stu, was sind deine abschließenden Gedanken zu Furiosa, Mad Max Saga? Ich habe noch darüber nachgedacht und ich freue mich jetzt doch sehr auf die Zweitsichtung am Mittwoch, weil ich dann den Film vielleicht nochmal anders genießen kann, weil ich dann weiß, was er ist und was da auf mich zukommt. Weil ich, wie gesagt, durch mein Fantum bei Freerode, einfach die Erwartungen, ich habe versucht, sie runterzuschrauben, aber irgendwann ging es nicht mehr und irgendwann will man ja auch aber immer Fan sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, das war für mich schon eine harte Enttäuschung. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Film scheiße ist. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Der hat seine Qualitäten und gerade die Action, pass auf, ich hatte bei The Fall Guy viel Spaß mit den Action-Szenen, die auch gut waren, aber 10 Minuten Action bei Furiosa spielt aber Fall Guy sowas von an die Wand. in Sachen Action, nur als Beispiel. Das ist ein Film, wenn euch der nur geringfügig interessiert, müsst ihr den gucken und zwar im Kino, denn auch der braucht die große Leinwand und auch der nutzt diese Leinwand. Aber ich muss leider, also baut den Mythos, nicht die Welt, den Mythos von Fury Road und Mad Max von dieser Welt baut der gut aus, aber ich, nach Fury Road und ich weiß, es ist immer blöd zu sagen, aber Fury Road, aber nach Fury Road war mir bewusst, ey, das war der Film, den ich gebraucht habe, das ist der Film, den ich immer haben wollte, nach Furiosa denke ich mir so, ja, danke, nächster Film. Das finde ich schon irgendwie traurig, aber ich kann es nicht ändern, ich bin, ich finde ihn gut, aber ich fand, aber ich bin enttäuscht und je mehr ich drüber nachdenke, desto trauriger stückt mich das und da kann der Film nichts für, sondern nur ich, weil ich ein schlechter Mensch bin, aber reicht ja, wenn hier eine Person und da und heult, deswegen sage ich, Leute, der Film ist gut, aber es ist kein, nicht das erhoffte Meister. Ich finde es super, dann ist Schlager nicht so alleine beim nächsten Heulen. Ja. Dann seid ihr endlich zu zweit. Entschuldigung. Ja, mich überrascht eigentlich am meisten, dass ich hier als die positivste Stimme diesen Podcast beenden darf. Geschickter Trick. Ne, ich muss wirklich sagen, ich bewerte den jetzt, natürlich, ich kann auch nicht für Road aus meinem Gedächtnis löschen, aber ich bewerte den ein bisschen anders, nämlich so, als das, was er ist. Er ist halt ein Prequel zu einer Geschichte, die bereits entstanden ist und auserzählt ist und da muss ich wirklich sagen, George Miller umschifft für mich da größtenteils so die größten Baustellen, die so ein Prequel immer hat. Er legt das Ganze echt sehr breit und episch an. Ich habe mit Kapitelstrukturen, das wissen viele HörerInnen und die, die mich schon in der einen oder anderen Stelle mal gesehen haben, ich mag das einfach nicht. Für mich wirkt das immer so ein bisschen arzi-fazi, so Kapitelstrukturen. Das braucht kein Mensch. Grüße an Jordan Peele-Snoop an dieser Stelle. Es hat mich da wirklich damals, ich habe mich gefragt, was soll das? Hier selber ist gekauft, ich bin aber auch ehrlich, ich habe von den fünf Kapiteltiteln mindestens vier schon wieder vergessen, bleiben bei mir also nicht hängen. Aber ansonsten habe ich echt wenig Ermüdungserscheinungen gehabt. Ich war, die knapp zweieinhalb Stunden war ich echt voll drin, ohne dass ich immer gedacht habe, so was kommt denn jetzt noch, sondern einfach, ich habe mich einfach treiben lassen, mitreißen lassen. Ich fand, die kreativen Einfälle waren gut. Ich hatte genug Anarchie, ich hatte genug Wahnsinn und ich hatte auch mit Chris Hemsworth einen einigermaßen soliden Bösewicht. Ich hätte wirklich noch ein bisschen gehofft, dass er und Immorten Joe eine etwas größere Szene in einem Face-to-Face-Meeting, ich brauche gar keinen Kampf, aber ich hätte so ein bisschen, so ein kleines Rededuell doch noch gebraucht zwischen den beiden. Aber ich mochte Anja Taylor-Joy, ich bin jetzt nicht auf dem Hype-Train mal aufgestiegen, aber ich kann verstehen, dass es ihn gibt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was Furiosa im Mad Max-Saga sein will und sein soll und ich glaube, das schon nach einer Sichtung erfasst zu haben. Ich freue mich, den eventuell auch noch mal ein zweites Mal im Kino zu sehen. Ob ich das schon in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche machen werde, weiß ich allerdings noch nicht. Aber ich kann den Film für diejenigen, die mit Mad Max einsteigen wollen, für diejenigen, die Fury Road abfeiern, durchaus empfehlen. Aber nochmal, die Erwartungshaltung sollte tatsächlich so ein bisschen im Zaume gehalten werden, denn sonst seid ihr, vielleicht wie es du, und das sei ihm aber auch vergönnt, und es tut mir an der Stelle total leid, dass er dieses Gefühl hatte, dass er da rausgeht und sagt, ich wollte den gut finden und ich finde den auch gut, aber ich finde den halt nicht so gut, wie ich ihn gern gefunden hätte. Prima. Das war halt fürst du, als hätte ihm jemand den Nippel abgerissen, so ein bisschen. Ja, der ein oder andere... Ich will nur den Nippel durch die Lasche. Der ein oder andere spielt den ganzen Film war dran, der ein oder andere hat nach dem Film keinen mehr. So ist das manchmal in der Welt von Mad Max. Meine Lieben, du kannst natürlich auch Eigenwerbung machen, aber die Melanie hat, wenn ich das mal sagen darf, einen ganz, ganz fantastischen YouTube-Kanal. Da müsst ihr unbedingt mal reinklicken, abonnieren, Daumen hoch hinterlassen, weiter geht's, viel gucken, das ist wirklich mal, muss ich sagen, ich ziehe auch wieder den imaginären Hut hier. Also es macht Spaß, diese Videos zu gucken. Den Studium kennt ihr sowieso. Das bin ich ja ganz gerührt. Das war mein Ziel, Hauptsache. Einmal muss man hier errüten, wenn ich schon immer so knallrot selber bin. Den Studium hört ihr bei uns, den könnt ihr beim Movie Break lesen. Ich bin gespannt, was da am nächsten kommt bei ihm. Schlogger, möchtest du Eigenwerbung machen oder soll ich? Schlogger.de, Schloggershop.de Perfekt. Ja, ich bin weiter, ich sitze gerade an meinem Projekt, ich schreibe ja immer noch einen Comic über Kommunikation mit Kindern. Ich glaube, ich brauche aber Ghostwriter, ich nütze nix. www.tele-stammtisch.de Wenn ihr unseren Kanal beziehungsweise unsere Website aufrufen möchtet, ihr könnt uns ansonsten überall bei Social Media finden, wo es Likes gibt. Unseren Podcast könnt ihr bei Spotify abonnieren, bei Apple Podcasts und sonst wo. Und da gerne auch immer mal eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Warum noch machst du eigentlich? Weil sonst mir nicht einfach Valhalla kommen. Das wäre halt scheiße. Seid unser Zeuge. Er ist völlig zerstört. Das haben wir, ich glaube, das war aber nicht der Film, das war der Podcast heute. An dieser Stelle klingen wir vier uns aus, wünschen euch, nochmal, geht ins Kilo für solche Filme. Viel Spaß bei Mad Max, Saga, Furiosa. Ich kriege diesen Titel heute nicht mehr richtig hin. Viel Spaß bei unseren Besprechungen. Liebt uns, liked uns, abonniert uns und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage auf Wiedersehen. Was die anderen sagen, weiß ich nicht. Auf Wiedersehen. Valhalla. Bis dann. Ciao. Valhalla. Yay. 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 Vielen Dank.